Ja, moin moin Leute und willkommen zurück. Heute in dem Video gehe ich darauf ein, es war zu erwarten, dass der Evo nix das macht. Grüße an dich, wie sagst du so schön? Es ist okay und das hat mir gefehlt, weil ich konnte vorher nichts machen aus dem einfachen Grund. Er hat quasi das letzte Video gemacht, mich explizit, nur mich genommen bei den reichsten Spielern. Wenn wir hier gleich drauf gehen, sehen wir auch andere Namen. Er hat mich genommen, das kann man in seinem Video sehen oder bei mir halt am Ende in dem Moon Poison zerstört, Evo nix. Jetzt zeige ich euch, wie ich beim letzten Mal sagte, Evo nix wahres Gesicht, weil Evo nix ist einer der Menschen, der schneidet und cuttet gewisse Sachen raus. Deswegen habe ich zum Beispiel bei dem 1 Stunde 13 Video nicht einen Cut drin und hier wird auch kein Cut sein. Aus dem einfachen Grund, ihr sollt alles sehen und nicht immer nur die Hälfte, so wie Evo nix euch das gerne präsentiert, mit seinen Halbwahrheiten. Auch gesteht er sich seine Fehler nicht ein, wie die dafür öfter macht, also allgemein öfter macht. Und Evo nix, wir fangen mal einfach an, oder? Was sagst du? Los geht's! Jeder Zuschauer weiß, dass ich sehr friedlich immer bin und sowas auf gar keinen Fall ins öffentliche ziehe. Leider zieht Moon Poison das komplett ins öffentliche, anstatt sich halt privat irgendwie zu melden. Das ist halt echt sautraurig. Und weil er das halt komplett ins öffentliche gezogen hat, mit dem ersten Video, auf dem ich ihn extra nicht geantwortet hatte, dann sein zweites Hassvideo, da hatte ich ihm drauf geantwortet und jetzt hat er noch ein drittes gemacht. Das heißt, es tut mir wirklich leid für die Zuschauer, die da keinen Bock drauf haben und dass deswegen halt heute echt der Content ausgefallen ist. Es tut mir wirklich leid für euch. Es tut mir auch selbst leid. Ich finde, wie gesagt, sowas gehört nicht auf YouTube. Dafür gibt es ja auch diese Meinungsblogger, Leute wie Firegoden oder AlphaKevin, die sowas... Okay, okay. Also erst einmal, der zählt hier natürlich ein bisschen rum. Das erste Video war kein Hate-Video. Das fasst er mit seinen Worten so auf und macht es dazu. Das war aber ein Video zur Klarstellung, wo er seine Inhalte her hat. Mittlerweile haben sich mehrere große YouTuber bei mir ebenfalls gemeldet und auf Evonix kommt definitiv noch was zu. Denn das, was er macht, ist nicht korrekt, hinterhältig und falsch. Er sagt zum Beispiel jetzt schon mal, dass er in seinen Streams friedlich ist. Es ist korrekt, ich war zwei Tage lang, habe ich irgendwie eine halbe Stunde in seinem Stream zugeschaut. Aus dem einfachen Grund, mir wurde in Discord gesagt, dass der Evonix schlecht über mich redet und mich in Twitch, weil ich benutze kein Twitch, quasi einfach schlecht redet, beleidigt und so weiter. So, ihr habt ja alle mitbekommen, Evonix sagt, er ist ja friedlich, oder? Dann gehen wir doch mal hier drauf. Ich sag nur eine Stunde. Ich glaub, der freut sich auch beim Psychiater. So, das war das Erste. Da hat er das auf, ich sag nur eine Stunde, der freut sich auch auf den Psychiater. Erstmal herablassend, zweitens beleidigend, drittens ohne Plan. Weiter geht's. Ähm, wo haben wir hier noch was? Ja, Creator übrigens, wer andere nicht kennt, ihr könnt mal seine YouTube-Videos durchklicken. Hört euch das mal an. Ich weiß, dass man sich selbst unterstützen kann, aber das macht man einfach nicht. Das macht man echt nicht. So, in dem Video sagt er zum Beispiel hier, Creator-Code hier und da, er weiß, dass man sich selber unterstützen kann, würde das aber nie machen, weil er das falsch findet und man damit sagen würde, man gönnt niemandem was. Schaut einfach mal ein paar Videos von ihm durch, da werdet ihr sehen, wie oft er seinen eigenen Creator-Code drin hat. André, wieso widersprichst du dir? Was laverst du für eine Scheiße? Erst sowas, du gibst dich nach draußen immer friedlich und freundlich, was du gar nicht bist. Ja. Weiter geht's auf jeden Fall mit deinem coolen Video. Ich hab mich gefreut, wie gesagt, ich hab Ausschnitte aus deinem eigenen Discord, die werde ich aber jetzt noch nicht veröffentlichen, denn auf dich kommt, wie gesagt, noch eine Klage zu. Und Twitch kriegst du nämlich auch ein Bann. Hab ich schon eine E-Mail bekommen. Mach dir keine Sorgen. Das, was du nämlich von dir gibst, Videos von dir gibst, das entspricht keinen Regeln. Meine Videos allerdings sind nach den Richtlinien und deswegen sind hier auch alle da. Weiter geht's. ...was immer machen. Ich finde nicht, dass es in den Gaming-Bereich reingehört. Allerdings möchte ich... Das ist halt langweilig. Das hier fand ich wirklich absolut... ...eben seine Zuschauer und auch meine Zuschauer sowie Zuschauer... So. Also er sagt im Grunde, er findet das kindisch von mir oder scheiße, dass ich andere Leute beleidige. Okay. Hat jeder eine andere Sicht, ist korrekt. Äh, es ist irgendwo kindisch. Brauche ich mich aber auch so gar nicht für rechtfertigen, denn ich sag mal, wenn euch jemand dumm anmacht, habt ihr die Möglichkeit, das zu ignorieren oder weiterzugehen. Oder ihr macht den Selbstzurückdumm an. Das ist jedem selbst überlassen. Manchmal ist es so, manchmal ist es so. Ihr handelt hier auch nicht immer gleich. Dann hat er hier gesagt, dass ich seine Freundin angegriffen habe, aber zeigt hier nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kommentare, die perfekt ausgeschnitten sind. Und die anderen, wo die Bivilein geschrieben hat, zum Beispiel gar nicht zeigt. Aber zeige ich euch. Kein Problem. Von niemandem von uns unter sein Video geschrieben haben, weil sie einfach erkannt haben, was es für eine falsche Sache ist. So, du sagst, die Leute kommen zu mir. Hast du dir mal meine Kommentare durchgelesen? Warte. Ne, die habe ich alle vorbereitet. So ein Scheiß. Moment. Das ist ja kein Problem. Machen wir die mal kurz schnell. Es geht darum, dass er behauptet, dass ich Kommentare nicht alle quasi wahrnehme oder ach ne, hier ist das, dass ich Kommentare nicht wahrnehme, darauf zurückpampig reagiere und dass meine eigenen Zuschauer das merken. Erstmal sind das hauptsächlich seine Zuschauer, die hier rüberkommen, um zu haten. Die meisten, die hier auch geschrieben haben, haben eine vernünftige Antwort zurückbekommen. Auch wo die mir frech gegenüber waren oder wie auch immer, habe ich das stehen lassen. Und die haben in den meisten Fällen eine Antwort zurückbekommen. Ich weiß nicht, auf was der das alles bezieht, aber wie gesagt, hier ist eine Menge drin. Wer möchte, geht einfach auf dieses Video und liest sich mal wirklich die Kommentare durch. Viele sind frech, beleidigend, habe ich trotzdem stehen lassen und darauf geantwortet. Andere sind neutral formuliert. Die habe ich genauso neutral zurückgeantwortet. Bei anderen Kommentaren sehen wir dann einfach die typische, in Anführungszeichen, Evo-Elite. Wie kann man sich denn erstmal Evo-Elite nennen? Also das ist ja wie quasi im Zweiten Weltkrieg her, ihr seid meine Elite, los geht's. Das Problem an der ganzen Sache ist einfach, viele sind einfach wirklich geblendet von ihm. Er gibt auch Aussagen von ARK und was weiß ich, dass die mehr Klicks haben und so als ich. Ist ja okay, die haben auch mehr Klicks. Woran liegt das? Natürlich, er hat eine größte Abo-Reiche, Abo-Reichweite. Wenn man so viel quasi hat, dann gucken die Leute sich halt an, was du so in dem Sinne machst. Im Allgemeinen, wie gesagt, schaut euch gerne alle meine Kommentare durch. Gerne, gerne. Hier gibt es viele, wie gesagt, die sind gut. Kritik, ich antworte auch da drauf. Überhaupt kein Problem. Er behauptet, ich mache das nicht. Ist eine totale Lüge. Das Lustige ist, ich wollte nämlich vorhin, wenn wir uns hier auf EvoNix jetzt angehen, auf die Videos gehen. Er hat ja ein Video über mich gepostet. Das Ding eigentlich gleich. Dieses Video habe ich hier gesucht, aber nicht gefunden. Er hat es nämlich runtergenommen. Das ist schon mal wieder eine Manipulation. Darauf komme ich aber nachher noch mehr zurück. Oder er outet sich selber als ein manipulatives Arschloch. Jedenfalls, wenn wir die Videos hier durchgucken. Er hat mal ein Video drum gemacht mit Halt, Stopp, hier hast du meine Meinung oder irgendwie sowas. Dieses Video wurde komplett entfernt. Wieso hat er das gemacht? In diesem Video haben Leute, nicht von mir Abonnenten, normale Abonnenten von ihm, ihm geschrieben, was falsch an seinem Kanal ist oder was da nicht so richtig läuft und was die sich anders wünschen würden. Dieses Video hat er aber komplett runtergenommen, weil da hätte man die ganzen Kommentare sehen können. Sogar meine Kommentare, wo er mich damals für gebannt hat. Es ist leider schade, dass ich euch das nicht zeigen kann, aber das zeigt wieder einfach nur, wie manipulativ EvoNix ist und was das einfach für ein Arschloch ist. Sorry Leute, also so einen Menschen wollt ihr nicht in irgendeiner Form bei euch haben, sage ich euch. Und er sagt in dem Video, die Vivilein ist die einzige Person, die das wahre Gesicht von ihm kennt. Was ist denn das für ein Quatsch? Die kennt den jetzt, wie lange kennt die den? Zwei Monate? Ihr könnt mich gerne korrigieren, EvoNix Vivilein. Wenn ihr das seht, hört mal raus. Wie lange kennst du den Menschen und behauptest dann, das zu können? Ich mache das aus den Sachen her, wie er sich verhält, wo er seine Sachen geklaut hat. Wie gesagt, David Dean und so weiter. Dann kommen wir mal hier zum Beispiel, wo haben wir das hier? Das Vivilein habe ich noch gespeichert. Hier schreibt einer zum Beispiel, ich schaue zu 95% den Kanal von David Dean. Wer David Dean kennt, weiß sofort, wo EvoNix die meisten seiner angeblichen eigenen Ideen her hat. Egal ob Fallentunnel, Waffenperks oder Solo-SSV. Einfach mal Twin Peaks David Dean eingeben und EvoNix vergleichen. Dann wird vielen klar, äh, vielen klarer. Kommentare in seinem Kanal, wo ich das nur erwähnt habe und eine Stellungnahme gebeten habe, wurden geblockt oder entfernt. Ein lächerlicher Typ. So EvoNix, das war ein Abonnent von dir. Genau das. Und das machst du mit all deinen Abonnenten, die gegen deinen Strom schwimmen. Nein, das zeigt doch, wer hier das Kind ist, Kollege. Denn du redest hier die ganze Zeit, du bist kritikfähig und sonst was. Ich habe in deinem Video damals deine super tolle Sache einfach widerlegt. Und, hey, du löscht einfach, banst alles, weil wir gegen den Strich sind. Ich habe dir gesagt, dass deine Rechnung nicht so funktioniert, wie es ist. Ich habe dir auch geschrieben, wie das funktioniert. Dann haben andere natürlich geschrieben, meine Rechnung ist richtig, deine Rechnung ist richtig. Habe ich dann so hingenommen. Du hingegen aber hast mich direkt gebannt. Weiter geht's auf jeden Fall. Gehen wir jetzt erstmal hiervon aus. Das hier fand ich wirklich absolut den Höhepunkt. Da bin ich auch an die Decke gegangen, als ich das gelesen hatte. Weil das wirklich, also es kommt sehr frauenverachtend rüber. Ich will ihm aber nichts unterstellen, so wie er mir andauernd Dinge unterstellen möchte. So, das kommt frauenverachtend rüber. Woher nimmst du dir denn das Recht, mich in deinen E-Mails zum Beispiel als Moni zu bezeichnen? Hm? Denk mal drüber nach, Kollege. Du redest hier von frauenverachtend. Du hattest meinen Moonpoisen-Namen und auf den E-Mails ist mein richtiger Name zu sehen, so wie deiner. Ja, das sind Geschäfts-E-Mails, die darf ich jederzeit veröffentlichen. Du kannst dich gerne mal ein bisschen im deutschen Recht umtun, dann wirst du das sehen. Das, wie du mir geschrieben hast, das ist frauenverachtend, Kollege. Denn du hast einen richtigen Namen und meinen YouTube-Namen und du benutzt einen Frauennamen. Sehr cool von dir, oder? Frauenverachtend. Am Arsch, kleiner Mann. In dieser Sache hebe ich mich definitiv, also da unterscheide ich mich definitiv von dem Kind. Da unterscheidet der sich definitiv von dem Kind, sagt er. Ist ja lustig, in Twitch-Streams beleidigt er mich öffentlich und diese ganzen anderen Sachen. Jeder kann sich gerne das Video von EvoNix angucken oder einfach in meinen Kommentaren, das sehen wir hier. Aber wir sehen jetzt hier zum Beispiel, wo habe ich das? Ja genau, süß, du hast hier leider nichts zu sagen, sonst kann meine Frau genau dasselbe machen, da er ja seine Freundin vorbeischickt, ist lächerlich. Du kennst ihn, super, freut mich. Die Menschen nun auch, was seine Lügen angeht. Korrekt, diese Lügen zeige ich euch allgemein. Es gibt andere YouTuber, die das auszusehen, nur keiner traut sich etwas gegen ihn zu sagen. Bei mir haben sich aber bereits mehrere gemeldet und die kommen ja nicht von irgendwo her, oder Leute? Wenn es mehrere Leute gibt, was sagt ihr denn? Und die haben Abonnentenzahlen von 30.000 bis 90.000 Abonnenten. Was glaubt ihr langsam? Das ist einfach, EvoNix ist ein manipulatives Arschloch und das werde ich in diesem Video weiter noch zeigen und erklären. Hier habe ich natürlich geschrieben, okay, kann man sagen, hey süß, du hast leider nichts zu sagen. Okay, scharf gewählt. Okay, aber worauf passiert das? Tatsache ist, es kommt nur Trash aus deinem Mund. Du denkst halt, deine Community mag dich, weil du dann, äh, wegen deinen Videos, aber eigentlich sind die nur wegen den Waffen her. Äh, mag doch sein. Es ist doch letztendlich egal, was eine Community von einem möchte. Man tut ja auch das, was die Community will. Das macht nämlich EvoNix zum Beispiel nicht. Er zockt. Und, äh, gehen wir auch noch anders. Ich will nicht alles preisgeben, wie gesagt, ich habe noch so viel, aber ich möchte speziell auf dieses Video nur eingehen und dann abwarten, was der wieder macht. Wenn er das weiter fortführen möchte, ich kann das ellenlang machen. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, jedenfalls hier habe ich auch geschrieben, Moment, äh, der nächste, der EvoLite. Natürlich darf sie ihre Meinung sagen, aber hey, was glaubst du, wieso vor Gericht Familie, Frau, Freundin keine Bedeutung haben, wenn es um eine, wenn es um eine Aussage geht? Richtig, sie sind befangen. Wenn meine Frau hier das sehen würde, zum Beispiel, hat sie gesehen, die würde hingehen und dem EvoNix auch was schreiben. Soll die nicht, weil die da, die hat meiner Meinung nach in dem Fall einfach nichts da zu tun. Kann, äh, wenn er seine Freundin nimmt, dann kann ich meine Frau nehmen. Dann nimmt er seine Mutter, nehme ich meine Mutter. Dann haben wir ein Familienduell, was soll denn da Kindergarten? Ein Mensch in deiner näheren Umgebung ist nun mal befangen. Ein Mensch, der ein Fanboy ist, ist ebenfalls befangen. So, ähm, was ich aber zeigen möchte, schaut mal hier. Ich weiß es zu schätzen. Dein Charakterzug ist stark und du stehst zu deinem Mann. Das ist sehr gut. Es geht hier aber nicht um dich. Wie lange kennst du EvoNix? Das ist zwei Monate. Man kann anhand meiner Beweisführung und seinen Aussagen genau sehen, wie er das meint, äh, wie er ist. Das meine ich damit nicht mehr und nicht weniger. Du hast aber meine Anerkennung, dass du für deinen Mann kämpfst. Ist aber nicht dein Kampf, deine Aufgabe. Dein so toller Freund hat halt ein Video über mich gemacht und das ist die daraus entstehende Konsequenz. Er hätte auch andere Leute auf Fortnite.deb.com zeigen können, aber er hat absichtlich nur mein Profil genommen. Wer das nicht glaubt, kann das gerne nachgucken bei dem wahrenreichsten Spieler. Er erwähnt kurz mal, dass es den Titel öfter gibt, aber er nimmt nur mich. Damit hat er mich persönlich da rausgenommen und macht das auch zu meinem Ding. EvoNix, denk mal lieber nach. Du sagst, du hast das nicht so gemacht. Du hast das nämlich genauso gemacht in deinem eigenen Video. Also informier dich doch mal drüber. Wie gesagt, an Vivilein. Ich hab nichts gegen Vivilein. Ich find das klasse, dass sie zu ihrem EvoNix hält. So sollte eine Frau sein. Punkt. Weiter geht's. Aber was ich halt echt frech fand, ist, wenn... Okay, das können wir jetzt natürlich weglassen. Und nach... Wir gehen zu deinem nächsten Beweis. Kommen wir mal zu einem lächerlichen Grund, warum du überhaupt dieses Video erstellt hast. Du schreibst hier, ja tut mir leid, das kam dazwischen, da er ein Video gegen mich gemacht hat. Ich hab kein Video gegen dich gemacht. Richtig. Emma, hörst du dir zu? Dann geh bitte auf dein wahres reichster Spieler und nenn mir nur einen in diesem Video, den du da rausnimmst und von einem anderen das Profil zeigst. Du gehst die ganze Zeit spezifisch und bewusst auf mein Video. Du manipulierst deine Leute von Anfang an, aber keiner bekommt das mit. Und du outest dich sogar hier nachher selbst in diesem Video, dass du nämlich manipulativ bist. Glaubst du im Grunde, du machst bei mir Schluss, wenn es um Manipulation geht? Machst du nicht. Das ist dein Charakterzug. Du manipulierst die Leute so, lässt die Sachen so dastehen, mit Halbwahrheiten, mit halben Screenshots, dass man auch gar nicht erkennen kann, was wirklich Sache ist. Das bist du nämlich manipulativ, Kollege. Überhaupt kein Video. Du bist nicht der Star der Show. Du bist nicht so wichtig, dass sich die Welt um dich dreht. So, ich bin nicht der Star der Show. So, wieso bin ich dann der Star in seinem Video? Geht mal da hin und sagt mir, dass er einen anderen reichen Spieler genommen hat, dessen Profil, der mit den anderen verglichen hat, diesem Ultranice und sonst was. Wenn ihr das macht und ihr das findet, dann gebt mir doch bitte einen Timestamp. Hat er nämlich nicht. Und dann kommen so Dinge wie, jemand sagt dir argumentativ, was falsch ist und dann antwortest du einfach nur, dass er ein Abonnent von mir ist. So, genau. Also erstmal, genau das ist der Punkt Evo. Deine Fanboys kommen halt hier hin und stellen gewisse Sachen, dann darauf kriegen die eine Antwort von mir. Du sagst selbst zwecks der E-Mails, dass du sagen darfst, was du willst in deinen Videos. Ist ja auch richtig so. Aber er klaut Videothemen und bringt sie mit demselben Themen einen Tag später nach dir oder so. Ich dachte, man darf sagen, was man will. Damit seht ihr, unterstützt dieser Evo nix, nämlich direkt, im Sinne von, ja, er darf doch klauen, weil er darf ja sagen, was er will. Richtig? Würde ich jetzt mal so sehen. Daraufhin hat er von mir eine Antwort bekommen, man sieht, dass du ein Evo-Abonnent bist. Nur so als Tipp. Richtig. Ich sehe, dass der Evo nix abonniert hat. Und es ist halt so, eine Fangemeinde, eine Community steht ja im Normalfall zu ihrem Idol, sage ich jetzt einfach mal. Und diese gibt es in guter Wahrheit, in und schlechter Art. Egal, ob ihr jetzt im Fußball nehmt oder in was für immer. Es gibt immer die Guten und die etwas Böseren, wobei die Menschen nicht böse sind, sondern eher gefrustet. Aber ja. Und da sehen wir zum Beispiel, dass er meine Audioqualität bemängelt. Okay, mag ja sein, ist ja okay. Vielleicht habe ich nicht die beste Audioqualität. Dann ist das nun mal so. Ja. Aber, ne, weiter geht's. Das bedeutet für dich also wirklich, dass die Meinung eines Abonnenten nichts wert ist. Nur falsch. Eine Meinung eines Abonnenten ist mir sehr viel wert, wenn sie nicht voreingenommen ist von deiner Meinung. Denn letztendlich bist du derjenige, der gewisse Sachen so darstellt und deine Leute nehmen das als gegeben. Du hast natürlich mit deinen Community einfach eine größere Reichweite, beziehungsweise mehr Abonnenten. Legst du den Wert auf diese Abonnenten? Ja. Ähm, wie gesagt, das eine Video hast du leider runtergenommen. Da waren so viele Kommentare, die ich noch rausnehmen wollte. Hast du natürlich manipulativ richtig gemacht. Wahrscheinlich löscht du da jetzt alles nebenbei her. Ne, weil das Video ist komischerweise nicht mehr da. Äh, und machst dann jetzt quasi ein auf guter Samariter, was du absolut nicht bist. Was wir am Anfang schon gesehen haben, du bist weder friedlich noch in irgendeiner Form gibst du Wert auf deine Abonnenten. Weil sie nicht deiner Meinung entspricht. Genau, weil sie nicht deiner Meinung entspricht. Habe ich vorhin einen Post gezeigt, einer hatte dir seine Meinung geschrieben, dass er findet, dass du sehr viele Sachen mit David Dean noch zusätzlich ähnlich hast. Was hast du gemacht? Du hast den geblockt und gelöscht. Was komplett falsch ist. Du musst mal... Ne, sowas wie hinterhältlich und manipulativ. Jedenfalls geht es hier irgendwo zu dem nächsten Beweis. So, da sagt er natürlich, ähm... Moment, was sagt er? Im Namen, nein, im Verhalten, was geht mal aus deinem Tunnelblick und aus deiner Gummizelle rauskommen? Du siehst... Also erstmal bin ich in keiner Gummizelle. Ich habe ein Haus. Wer wissen möchte, wie ich bin, kann gerne mal in meinem Kanal gucken, wer ich bin. Meine Frau, meine Tiere und so weiter. Ich bin aber jemand, der sich nicht den Mund verbieten lässt. Ich bin immer direkt drauf, gerade heraus einfach. Und nicht so wie Evo-Nix, manipulativ und hinterfotzig. Du kannst mehr sehen. Du kannst wirklich mehr... Richtig, du kannst auch mehr sehen und mehr verstehen, kleiner Mann. Mehr sehen. Du musst nur die Chance auch geben. Und dann hat er dann halt auch noch gesagt, dass es halt logisch ist, wenn man etwas über... Ach ja. Tut mir leid, aber ich finde es lächerlich, wie du alle als jung und unerfahren bist. Tue ich doch gar nicht. Ich meine damit die sogenannten Evo-Fan-Elite, die rüberkommt und beleidigt. Wir haben... Ich habe meinen Discord gerade nicht auf. Der Herr Akaron von Evo-Nix. Wer den kennt oder nicht, könnt ihr ja mal gucken. Der ist zu mir in den Discord gekommen und hat sich bei mir entschuldigt für euch. Für eure Evo-Fans. Das zeige ich euch auch gerne. Viele von euch, genau wie Evo-Nix, stellt das ja nun mal so dar, als ob ich... Was weiß ich? Wo ist denn das? Akaron, Akaron. Viele stellen... Also Evo-Nix besonders stellt halt immer, wie gesagt, nur die halben Wahrheiten dar. Und auf wo ich hin, nur so kinderbezogen habe. Bei mir im Discord wurde halt die ganzen Sachen gelöscht. Da kamen dann pornografische Inhalte und Beleidigungen und alles mögliche in der Art. Das wurde natürlich entfernt. Wo haben wir das? Da komme ich auch noch gleich zu mit seinen falschen Wahrheiten und Behauptungen. Also erstmal noch danke dafür, wenn das so ist, wie du das geschrieben hast. Ist das sehr cool von dir, muss man sagen. Wo ist denn der hin? War das überhaupt hier? Ich weiß nicht mehr, in welchem Channel das war. Jedenfalls danke dafür. Der kam halt zu mir, hat sich bei mir entschuldigt, dass seine Evo-Fans mich beleidigt haben. Seine Evo-Elite mich beleidigt haben. Und alle hier in den Chat, also Discord gekommen sind, pornografische Inhalte und so weiter gepostet haben. Das ist damit, was ich meine als jung und unerfahren. Das sind spezifische Leute, die ich damit meine und nicht die ganze Evo-Nix-Fanbase. Ich habe nämlich ingame genauso viele Leute getroffen, die Evo-Fan sind und mit denen habe ich ingame auch ohne Probleme gesprochen. Also ohne Probleme einfach gesprochen. Da gibt es für mich keine Unterschiede. Wer mir freundlich und nett rüberkommt, der kriegt genau dasselbe zurück. Wer mich beleidigt, kriegt dann an dieser Stelle auch unangenehme Sachen für sich wieder. Das ist menschlich. Also sorry. Ist aber menschlich. Wer etwas überrascht ist, das Überraschte ausspricht und solche Dinge. Und stellt, dass man in dem Buch durchlesen, YouTube seit 2013 mache, da möchte ich doch mal... So, okay. Da hat er mit Recht. In seinem Social Blade steht, dass er seit 2013 macht. Hat aber Videos irgendwie erst 2016, glaube ich, angefangen. Aber sagt er ja hier in dem Verlauf des Videos. Und worum es an sich geht, mein PC ist um die 400-500 Euro wert, der hat nur eine neue Grafikkarte, alles andere ist noch DDR3-Ram und so weiter dementsprechend. Ist deine Audioqualität, hast du ein besseres Headset, besseres Mikrofon, ist doch okay. Ich habe in keinem einzigen Video weder deine Video- noch deine Audioqualität angegriffen. Habe ich das? Dann zeig mir mal eine Stelle, bitte. Ich höre, also du kannst mir gerne eine Stelle mal zeigen in irgendeinem meiner Videos, wo ich das auch in irgendeiner Weise nur angegriffen hätte. Ganz kurz auf meinen eigenen Kanal gehen, Video drauf gehen, zusammengezockt habe, weil ich schon immer auf... Jaja, genau, jetzt sagt er hier für seine Freunde und so. Also wenn ich auf YouTube gehe und was für meine Freunde hochladen möchte, dann tue ich das doch auf Privat oder nicht gelistet, damit die das sehen und nicht für die Öffentlichkeit. Da lügt er euch schon wieder ein. Er hat versucht, in verschiedenen Spielen eine Art Durchbruch zu erzielen, wie auch immer man das nennen möchte, hat aber einfach versagt. Redet, damit wir uns bei YouTube nicht seit 2 Jahren... Dann kommen wir hier zu etwas, was... Genau. Die Soundqualität kann man sich echt nicht geben. Der nächste Evo-Fan, bist du hier falsch, Digga? Natürlich. So, jetzt sagt er Moonpoison. Er hat aber schon recht, du musst deine Soundqualität echt verbessern. Ähm... So, pass auf, genau. Was hat der für eine Antwort bekommen und was hat der für eine Antwort bekommen? Deine Soundqualität kann man sich nicht geben, Digga. Ich habe gesehen, dass er ein Evo-Fan ist, also hat er so eine Antwort zurückbekommen. Der nächste hier ist auch ein Evo-Fan, aber schaut mal. Moonpoison, er hat aber schon recht, du musst deine Soundqualität echt verbessern. Was ist denn daran schlimm? Vielleicht liegt es an meinen alten Ohren, aber für mich hört sich das normal an. Sag mir du bitte, was nicht passt. Der hat den Text darunter nämlich nicht gezeigt. Daraufhin hat der Windsharmer mir nämlich gesagt, was an der Soundqualität schlecht ist. Und dann hat er auch wieder eine Antwort da von mir bekommen. Eine allgemeine Aussage zu treffen, kann man sich nicht... Das ist ja nur eine Aussage. Das ist keine Kritik. Eine Aussage einfach nur. Die Soundqualität kann man sich echt nicht geben. Wo sagt er denn bitte, ja hör mal, du rauscht da. Oder hey, man hört deine Tastatur oder deine Maus. Oder hey, gibt es nicht. Das ist einfach nur eine typische Evo-Fan-Aussage. Leute, Liete-Fan, die Böseren von euch, also nicht alle Evo-Fans. Das ist, ne, also wie gesagt, er ist der perfekte Manipulator. Ich demutere sich echt nicht unter einem, du bist der rei... Also ich bin der... Klick-Base vom Feinsten, völliger Quatsch. Ähm... Was? Genau, da habe ich halt wieder zu jemandem was hier geschrieben. Ähm... Wegen Beleidigungen und so weiter. Der zeigt halt immer nur die Hälfte, nie alles. Ja? Wieder so ein manipulativer Satz. Erstmal zählt jeder Mensch etwas. Jeder Mensch ist einzigartig auf seine Art und ihr solltet euch erstmal allerhalts besonders führen. Erstmal dazu. Ähm... Wie ich gesagt habe, jeder Mensch zählt was. Das hat Evo wieder einfach so aus dem Kontext genommen, weil er immer nur halbe Screenshots zeigt. Er zeigt nie ganze Konversation, sondern beruht sich immer nur auf ein, zwei Screenshots, wo der dann irgendwas von mir sieht, wo der denkt, okay, das kann der gegen mich verwenden. Ähm... Das kann man alles bei mir um den Kanal in den Kommentaren nachlesen, ist ohne weiteres nachzuvollziehen, ja? Ähm... Richtig. Der sagt, abgehoben. Was bist du denn, Evo? Bist du abgehoben? Bist du arrogant? Natürlich. Wieso haben Mara und Tim dich Anfang des Jahres zum Beispiel verlassen? Aus deinem Discord. Sind jetzt aber wieder da. Hä? Kollege, mach mal die Ohren auf. Das sind alles ganz normale Menschen, genau wie du und ich. Wir sind auch ganz... Genau, ganz normale Menschen. Nur, hast du dich jemals nur einmal entschuldigt? Hast du jemals gesagt, du hast einen Fehler gemacht? Nein. Ich habe dir selbst in den öffentlichen E-Mails, habe ich dir Respekt entgegengebracht und mich entschuldigt, wenn ich in den E-Mails eine falsche Aussage getroffen habe. Ja? Wenn du mir etwas plausibel erklären konntest. Kein Problem. Selbst in deinem alten Hater-Video habe ich mich entschuldigt für einen gewissen Aussatz, wo ich gesagt habe, okay, war vielleicht scharf gewählt. Hast du leider gelöscht, kann ich nicht zeigen. Aber das ist der Punkt zwischen dir und mir. Du bist ein Kind, was einfach alles manipuliert und löscht. Ich, wenn ich einen Fehler mache, sage, jo, sorry, tut mir leid. Auch dir gegenüber, obwohl du mich so respektlos behandelst. Ganz normale Menschen. Nur weil du dein Stuff ins Internet stellst, bist du nichts Besonderes. Richtig, du auch nicht. Und meinen vollständigen Namen. Danke dafür. Privatsphäre und Datenschutz. Wie war das nochmal? Richtig, informiere dich mal über Privatsphäre und Datenschutz und Geschäfts-E-Mail. Informiere dich mal. Gut, dass du es ansprichst. Finde ich optimal. Informiere dich mal bitte. Ja, alles klar. Aber warum schreibt Evo... Jetzt kommt das Beste. Leute, ich habe schon immer gesagt, dass der Cloud quasi ein Dieb ist und manipuliert. Was sehen wir jetzt hier? Der hat mich versucht absichtlich zu manipulieren. Ja, oder wie er es selber sagt, triggern. Zum anderen sehen wir hier natürlich, da sie nun... Ich habe die E-Mails ja veröffentlicht. Jeder von euch kann das lesen. Ich habe ihm bei meinem Anwalt mit dem gesprochen. Ich hätte ihn anzeigen können. Kann ich jetzt immer noch und werde ich auch. Aber ich habe es damals nicht eingesehen irgendwo, weil ich denke so, okay, der ist jung. Der ist unerfahren und brüstet sich einfach nur auf. Ich wollte ihm seine Zukunft nicht verbauen, weil er deine Ausbildung macht. Er verdient da kein Geld. Und wenn ich ihn anfange oder hätte ihn da angezeigt, dann hätte der ja absolut gar nichts mehr gehabt. Er müsste seinen Anwalt erstmal finanzieren, dann das verlorene Gerichtsverfahren müsste er zahlen und Schadensersatz. Und wieso soll ich einem jungen Menschen sowas antun? Wollte ich nicht. Will ich ja nicht. Aber er lässt mir mittlerweile keine andere Wahl mehr. Hier in diesem Text sagt er sogar, wie manipulativ der ist. Warum ist Evonix ihm denn so böse in der E-Mail? Warum verhält sich Evonix so? Möchte ich euch ganz kurz darauf hinweisen, dass dieser, ich sag mal dieser Beef, sein zweites Hassvideo gegenüber mir ist halt am... Es gab keine Hassvideos, Kollege. Das sind Meinungsäußerungen mit Belegen und Beweisen. Du hast auch in deiner Antwortvideo die Sachen so geschnitten, dass man wieder nur die Hälfte sehen konnte. Du hast das Video leider runtergenommen. Leider. Aber du weißt ja auch, wieso, gell? Manipulation steht bei dir an erster Stelle. Das hat er hier auch gemacht. Der sagt, dass er auch... Was für ein normaler Mensch schreibt vorsätzlich eine manipulative E-Mail, um einen anderen zu triggern? Da seht ihr wieder, wie Evonix ist. Würde ich das machen? Nein. Ich habe ihn klipp und klar mit Respekt gesagt. So und so sieht es aus. Ich hatte vor, dich anzuzeigen. Hab davon aber abgesehen. Da du aber immer noch so bist, ziehe ich in Erwägung, dich anzuzeigen. Ganz klar einfach drauf los. Gerade heraus. Er selber schreibt oder bespricht das vorher mit seinen Leuten, die übrigens, das meine ich nämlich mit Absprechen auf mich hetzen, mit dem Twitch-Stream auch genauso. Jetzt komme ich gleich noch zu. Das ist das, was ich meine. Er manipuliert so gut er kann, jeden, den er kann. In meinen E-Mails könnt ihr den Verlauf lesen. Ich habe mich davon weder getriggert gefühlt noch sonst etwas. Denn er hat einfach meine Meinung da bekommen, so wie es ist. Und das sehen wir hier einfach. Das könnt ihr, wie gesagt, im letzten Video nachschauen. Guckt euch das einfach noch gerne an. Dann seht ihr das einfach, wie der ist. Weil ich einfach keinen Bock auf dich habe. Und das... Jo, wenn du keinen Bock auf mich hast, wieso hast du dann vor ein paar Tagen ein Video über mich gemacht? Über mein Profil? Mich mehrmals erwähnt, bewusst gewählt und immer wieder betont. Hör mal, hörst du dir zu? Du bist einfach nur ein Lappen. Sieht man auch, lustigerweise... Und das Freche an dieser E-Mail, die mich halt auch dazu verleitet hatte, ihm extra eine Trigger-Mail zu schreiben. Ja, wie reif zeigt das denn, dass du andere Leute triggern möchtest? So viel zu deiner Reife, wie du gesagt hast, du bist nicht so wie ich, Kind. Denk mal drüber nach. Jedenfalls erzähl ich dir hier weiter. ...40, wo du halt immer wieder beweist, dass du dich kein Stück informiert hast. Obwohl man im Video erkennen kann, dass du dieses Video geschaut hast. Das heißt, du hast das Video geschaut. Ja, der schnellste Weg, um Gold zu farmen. Bis zu 2400 Euro. Äh, Euro. Bis zu 2400 Gold. Steht da, richtig. Und ich hab gesagt, wenn er es schafft, mir zu zeigen, dass er nur ansatzweise so viel Gold bekommt, gebe ich dem 1000 Euro. So, und jetzt, um das für euch nochmal klar zu machen. Jetzt hört mal genau hin, was der sagt. Das sind seine Worte. Drei Missionen gefarmt in einer Stunde. Mein Test, den ihr hier im Hintergrund seht, nach einer Stunde farmen. 810 Gold. 810 Gold. 810 Gold in einer Stunde. Aber in seinem Video sehen wir ja, der hat da nur eine 2400 stehen. Bis zu steht da. Natürlich wurde, ja, das hat er nachträglich, glaube ich, eingeführt. Ich weiß nicht. Ich hab den Screenshot von damals nicht. Aber da stand, der schnellste Weg, um Gold zu farmen, 2400, sehen wir hier so wie im Screenshot. 2400 in einer Stunde. Das ist zum Beispiel eine Clickbait. Ist das okay? Natürlich ist das okay, wenn er sich dafür entscheidet. Er soll sich aber nicht davon freisprechen, dass er das nicht macht. Ja, weil das tut er nämlich gerne. Gell? Schaut, aber nicht zugehört. Vielleicht sollte man mal den Ton einschalten. Ich hab zugehört und deswegen hab ich auch dieses Video genommen. Vielleicht solltest du nochmal dein eigenes Video zuhören, wie viel du tatsächlich in einer Stunde farmst. Was nämlich in deinem Screenshot hier, in deinem Thumbnail, nämlich erstens falsch angezeigt wird. Zweitens ist dieses bis zu 2400 definitiv nachträglich so entstanden, beziehungsweise hast du geschrieben. Das stand nämlich vorher anders. Bin ich sehr sicher. Weiter geht's. Ich wette, 1000 Euro dagegen, dass der in einer Stunde 2400 Gold farmen kann. Richtig. In einer Stunde 2400 Gold, wie das auf seinem Clickthumbnail ist, Clickbait, ne? Schafft er nicht. Okay, das haben wir auch. 2400 Gold pro Stunde und ich sagte... Evo Nix, auch einen Kommentar drunter geschrieben. Soviel erstmal dazu, dass er keine anderen YouTuber schaut, ne? Ja, 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 genau. Er wurde von seinen Discord direkt hier hingewiesen. Ähm, ich hab, wie gesagt, auch noch andere Screenshots und Beweise noch, auch aus seinem eigenen Discord rein. Das ist ja das Coole, was er da gar nicht weiß. Mittlerweile weiß er das jetzt, da ich das gesagt habe, ne? Ähm, er versucht zu rechtfertigen, dass er dieses Design halt schon vorher hatte und so weiter. Wie gesagt, Bergtussi war der Erste, der das rausgebracht hat und danach kam sein Video, komischerweise. Dass der das vielleicht irgendwo anders gesehen hat, ja, ist das sein... So viel Kreativität besitzt er gar nicht. Das sieht man aber auch einfach, wenn man die Videos vor Fortnite anguckt. Da ist weder eine Kreativität zu erkennen, noch irgendwas Spezielles oder er ist auch in Fortnite nur ein mittelmäßiger Spieler. Mehr ist es nicht. Er brüstet sich gerne und hier und da und hier, der hat da die schnellsten Weg gefunden, da das Beste zum Farmen und so weiter. Dass alles Clickbait ist und wenn man sich die Videos anguckt, auch 900 Schrauben in 15 Minuten und hast du nicht alles gesehen, funktioniert nicht. Und wenn er ja schon selbst gebaut hatte und auch gezeigt hat, ist das bereits... Ja, das erzählt er da natürlich. Das funktioniert aber. Da sehen wir, der hat ein Video quasi als Reaktion auf mein Video gemacht, lässt aber das meiste da raus. Ich habe so viele Beweise vorgelegt, da geht er gar nicht drauf ein. Wieso geht er da nicht drauf ein? Stellt euch das... Behaltet mal. Wieso? Wenn der doch ein Video machen will, wo er sagen möchte, das stimmt nicht, da, 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 da. Der nimmt sich hier zwei, drei, vier Beispiele nur und versucht die zu widerlegen. Kann ich jetzt... Habe ich jetzt auch widerlegt ohne Probleme. Ist easy. Der zeigt aber nicht alles. Und das ist der Punkt. Und habe einen Plankathon-Spawn-Guide gemacht. Jo, dein Plankathon-Spawn-Guide, wie gesagt, zum Beispiel, mein Brutal-Spawn-Punkt kam am 4.8., dein Plankathon kam am 3.9., daraufhin kam dein Brutal-Guide. Ob es von deinen Zuschauern gewünscht wurde, natürlich kann das sein, dennoch ist das immer wieder sowas Spezielles. Das ist einfach, ja, wie gesagt, sorry, aber wie lange sind wir schon, ich kratsche mal so viel. Nein, 37 Minuten, ja, scheiße, sorry Leute, das ist nicht so gemeint, aber ihr müsst das einfach wirklich verstehen, ja. Darauf gefolgt habe ich alle Brutal-Sturmstilfe. Ja, okay, dann versucht er sich ja zu rechtfertigen, ne. Also, der hat dies, das, das gemacht und so weiter. Natürlich guckt er auch keinen anderen YouTuber, aber kennt dann irgendwelche Vlogger und kennt da einen YouTuber und nennt die auch. Ihr glaubt doch selbst nicht, was der erzählt. Content hat gefehlt, hat nichts in der letzten Monate, habe ich dann ARC hochgeladen. Und das hat sich... Jo, schön, gut, hast du erklärt, ist okay, sehe ich einen den Fehler, habe ich nicht genau drauf geguckt, ich habe nur gesehen, dass deine ARC-Videos nicht ankamen. Das fand ich nur so lustig, weil in dem Zeitraum hatte ich über die Weihnachtszeit überhaupt keine Zeit für wirkliche Videos oder irgendwas zu machen durch die Arbeit. und meine Tiere, Hausfrau, alles drum und dran, meine Familie ist mehr als 60 Mann groß. Weihnachtszeit ist nun mal was Spezielles im Dezember. Zusätzlich, ne, Arbeitszeit im Einzelhandel. Wer im Einzelhandel arbeitet, weiß, was Weihnachten und Ostern für Zeiten sind. Ja, habe ich mich entschuldigt. Ja, meiner Meinung nach lag das daran, dass du keinen vernünftigen Content mehr gefunden hast, wo die du klauen konntest und hast dann ARC-Videos rübergebracht. Ist meine Meinung. Und ich über den ganzen Tag drauf reagieren. So, genau. Das sieht man hier so schlecht, aber ihr könnt ja gerne auch den wahrreichsten Spieler sehen. Ihr seht, hier gibt es mehrere Namen, die das nehmen, aber in diesem Video, hört euch nur die ersten 5 oder 6 Minuten meinetwegen an, da wird das schon klar. Er geht ja nur auf mich, er nimmt keine anderen. Dementsprechend ist das ein persönlicher Angriff gegen mich. Der versucht das jetzt wieder manipulativ so hinzustellen, dass es nicht so ist. Ist es aber. Ja. Öffentlich gestellt, aber hört es euch einfach an. Aber ihr seht, der EvoNix ist sofort drüber informiert. Was für mich heißt, entweder arbeiten die irgendwie zusammen. Genau. Komischerweise, wenn irgendwas vorfällt, mich einer von deinen Leuten beleidigt und ich den zurückbeleidige, kriegst du ein Screenshot mit meiner Beleidigung von dem, den ich beleidigt habe. Ist aber auf dem Screenshot drauf, was er mir geschrieben hat? Nein, ist er nicht. Das ist das. Das sehen wir hier genauso. Ich habe jetzt ein paar Beispiele gebracht, wo er immer nur halbe Screenshots zeigt. Der macht das extra so. Bewusst und manipulativ. Zusammen, der setzt die auch nicht. Die Zeit habe. Gegen dieses Sternzeichen. Aber ich vermute, ich weiß, was für ein Stern. Korrekt, da lag ich falsch. Ich hätte dich für ein anderes Sternzeichen gehalten und nicht für Waage, weil du definitiv, so wie du bist, nicht als Waage in meinen Augen giltst. Aber du bist ja eine Waage. Also wird irgendwo in dir eine Waage drin sein, aber die manipulative Art, die du hast und du sagst dir was, du bist recht friedlich und harmonisch, aber du haust Beleidigungen raus, selbst in Livestreams und so weiter. Also sorry. Was soll man dazu sagen? Moment an mein Sternzeichen, also an mein richtiges Sternzeichen. Aber finde ich gut, dass du dich so viel mit mir befasst, denn wenn du das selber rausgefunden hast, Respekt, dass du in meinen ganzen Kommentaren liest, nicht schlecht. Also, ne, so zeitaufwandtechnisch, weil ich beantworte ja alle Kommentare im Gegensatz zu dir oder so gut wie alle, aber das wissen die meisten ja genauso. Bei dir können die reden, wenn dann einer was gegen dich sagt, so wie der andere, den ich vorhin gezeigt habe. Es gibt mehrere Leute, die werden von dir sofort zack, zack, zack weg, ne, weil deine Meinung steht über allem. Denn einige wissen ja bereits, dass ich am zweiten nicht ausgegeben hat. Das Ding ist, er macht sich da fast eine halbe Stunde lang drüber lustig. Äh, richtig. Wieso mache ich mich drüber lustig? Dann hört euch das mal bitte an. Ich habe dieses Video, was der da gezeigt hat mit Perks und so weiter, komplett auseinandergenommen. Dass der hier sagt, dass der 22 Millionen überlebenden XP hat. Ja, hat er mehr. Wieso soll ich darauf eingehen, wenn der mehr hat? Ja? Erzählt den aber hier quasi zu den Top-Leuten. Ist seine Meinung, ist ja auch okay. Ich habe mich auch bei Ultranice, habe ich gedacht, danke, dass ich dein Profil, also ich benutze jetzt dein Profil als Vergleich, weil er das ja gemacht hat bereits. Und zeige einfach mal das ganze Ding. Weil der hat versucht so zu stellen, dass der Ultranice reicher ist als ich, was er nicht ist, so wie der Braxton und die anderen. Der einzige, den er gefunden hat, war tatsächlich dieser Capsule Kuckoo oder so. Da kann ich bei Weitem nicht mithalten. Ist halt einfach so. So wie Ebenix das vorhin auch gezeigt hat. Und hier versucht er genau... Das habe ich aber erklärt. Wenn du mal... Ja, hast du erklärt, genau. Du hast gesagt, dass dein Top 20 ist, korrekt. Aber in dem Moment, wo du den mit mir vergleichst, gehst du davon aus, dass der reicher ist. Also habe ich auch den ganzen Account gezeigt. Deswegen solltest du dir dein eigenes Video nochmal bitte anhören. Und auch nicht wieder einen halben Ansatz versuchen, sondern wenn du es machst, dann mach es bitte richtig. Weil das liegt dir einfach nicht. Du bist halt hinterhältig, manipulativ. Dir liegt aber nicht geradeaus einfach, gib ihm. Heißt nicht, dass du mit dem Kopf durch die Wand sollst, aber es heißt, dass du, wenn du etwas machst, dann gib doch bitte alle Fakten da und nicht nur Teilfakten. Weil am Anfang des Videos zugehört hättest, also hier auf... Ja, ich habe zugehört. Und ich habe das hier auch extra so gemacht. Korrekt. Der hat mehr Überlebende in EP. Das war's. Wieso sagst du dann, dass der reicher ist als ich? Ich habe mehr, alle anderen, alle anderen Mats habe ich mehr. Das war aber deine Aussage in diesem Video. Dann guck dir nochmal dein eigenes Video an. Die Leaderboards und hier sieht man... Da hat er ja auch noch den Braxton und so gebracht. Und da habe ich auch gezeigt, dass ich da genauso bin. Also wie gesagt, er versucht das, aber geht's ja weiter. Das können wir wegmachen. Wie gesagt, das andere Video hat er leider gelöscht. Ich wollte da nämlich ein paar Kommentare zeigen, wie er mit seiner Community umgeht. Und wie gesagt, viele von euch sehen das ja leider Gottes nicht. Hat er schon gelöscht. Aber wir gehen jetzt mal eben hier zu dem nächsten Video. Aus seinem Livestream. Das Beste ist, er ist wieder in der Zuschauerliste, er ist ein wahrer Fan. Ja, Moni. So, ich war zwei Tage da, weil, wie gesagt, mir wurde im Discord gesagt, dass der über mich lästert, mich beleidigt und so weiter. Und dem wollte ich auf den Grund gehen. Jetzt sagt er, hier wird das geschrieben, der Black Chakal, das Beste ist, er ist wieder in der Zuschauerliste. Soviel zum dazu, er setzt Leute auf mich an. Das heißt, da guckt einer von denen alle paar Minuten, ob ich denn eventuell in einem Stream bin. Merkt ihr was, Leute? Merkt ihr was? Aber es wird besser. Verpiss dich mal groß. Verpiss dich mal. Der sagt in einem Livestream, verpiss dich mal. Holzkopf und andere Beleidigungen. Wie war das nochmal mit dem Kind vorhin, Ebonix? Wie war das mit dem Verhalten? Du bist ja nicht willkommen, mein Freund. Du bist ja nicht willkommen. Ist natürlich eine nette Aussage von dir. Danke dafür, dass ich nicht willkommen bin. Heißt aber nicht, dass du mich überall beleidigen kannst, du machen kannst, was du willst. Denn ich habe bereits an Twitch Clips gesendet, genau mit diesen Aussagen. Und da werden wir nachher sehen, was mit dir passiert. Aber es wird besser, weil ich habe ja noch mehr Beweise, Leute. Mach dir gerne einen Clip davon. Kannst du behalten. Mach dir gerne einen Clip davon. Kannst du behalten. So richtig arrogant. Kannst du dir auch ausdrucken. Sogar ausdrucken. Vielen Dank dafür, Kollege. Ducke ich mir aus und mache mir einen riesen Post davon. Er hat es gelöscht. Das war eher YouTube. So, er hat es gelöscht. Das wäre eher YouTube. Also erstmal sind alle Videos oben von mir. Nicht eins wurde gelöscht, weil keins gegen Richtlinien verstößt. Aber das geht in seinem Spatzinhörn irgendwo unter. Denn wieso sollte ich ein Video machen, was gegen Richtlinien verstößt? Weil ich da mit meinem Kanal riskiere. Ist hirnrissig. Würde ich gar nicht tun. Aber das verstehen einige von euch nicht. Aber ist auch gar nicht so schlimm, Leute. Alles gut. Ja, dann zeig mal was Witziges. Das ist das Beste, wie der sich wieder eiskalt blamiert mit seinen halben Wahrheiten. Jetzt. Hört hin. Mag Epic Games das nicht, wenn man gegen Richtlinien verstößt? Da hat sich was getan. Also. Er nimmt sich wieder eine leere Behauptung aus dem Raum. Weil er wieder nur falsch informiert ist. Und einfach einen auf Super macht hier. Und sagt, dass ich aus dem Creator-Programm... Also, ich hört es einfach an. Wenn der Creator-List Namen eingeben, dann taucht er gar nicht mehr auf, weil er aus dem Programm rausgeworfen ist. So, das kennen wir von dir. Behauptungen, die du immer aufstellst, ohne drüber nachzudenken, ohne dich zu informieren, ohne gedügend Recherche. Du behauptest hier, dass Epic Games mich rausnimmt, genommen hat, weil ich mich gegen Richtlinien verstoßen habe. Jetzt zeige ich euch mal was. Hallo, Jenan. Vielen Dank für deine Nachricht an Epic Games Support. Mein Name ist Tillmann. Ich habe deinen Account lokalisieren können und das Problem, auch dein Konto läuft über den Namen Moonpoizen und nicht Moonpoizen. Deswegen gab es Schwierigkeiten, dich zu unterstützen. So viel dazu, ja? Also, ihr seht ja quasi, das ist einfach nur wieder Bullshit, halbes Zeug, was wie immer alle erwartet wurde. Sehr schade, dass du dir wieder selbst das Bein stellst mit deiner... Kein Recherche. Ich habe keine Scheiße gebaut. Konsequenzen kommen für dich, nehme ich jetzt im Endeffekt. Epic Games mag das nicht. Jetzt habe ich diese Runde gar nicht gefahren. Brauchst du nicht viel zu sagen. Ich kann gerade nicht verzwarten. Exploder? Nee, keine Exploder. Nice. Ehre? War gar nicht erst behandelt, da gab es nichts zu nehmen. Genau. Ehre genommen. Ich weiß nicht, das scheint irgendwie so ein neumodisches Ding in der jungen Generation zu sein. Da gab es nichts zu nehmen. Ihr seht, wie beleidigend und herablassend der ist, aber stellt sich als friedlich dar. Also, wenn jetzt immer noch vielen von euch nicht klar ist, wie der wirklich ist, dann tut es mir leid. Dann macht einfach blind weiter, was ihr möchtet. Aber es gibt so viele Sachen, wie hier, die ihr seht, der ist einfach nur eine Witzfigur. Ja, zum Glück hat er davon auch Screenshots. Die hat er natürlich hier irgendwo gezeigt. Genau, da habe ich mich drüber aufgeregt, dass ich den unterstütze, weil er überall Werbung kommt. YouTube hat nichts gelöscht. Zweitens bin ich im Creator drin, da wurde nichts gelöscht. Das kannst du doch danach gucken, du Trottel. Siehste? Das kannst du doch danach gucken, du Trottel. Wir haben ja gerade gesehen, dass ich da drin bin. Und ich habe Unterstützer mal davon abgesehen. Aber das ist es. Das ist euer typischer Ebonix. Der bracht immer Behauptungen, ohne wirklich zu recherchieren. Und in seinen ganzen Videos, die der auch übernommen hat, hat er die Recherche von den anderen übernommen. Er selber hat nämlich einfach keine Ahnung. Und ne, du Trottel. Ich kann auch deinen Twitch-Stream schließen. Dir ist das klar, gell? Du kannst gar nichts. Ich kann gar nichts. Da sehen wir nämlich, was nämlich jetzt demnächst mit dir passiert. Du kannst nicht passieren. Du bist nämlich hier nicht willkommen mit deiner brechen Lügenart. Na, wer lügt denn hier? Aber nice, dass du von den Zuschauern... So. ...ein Ex-Host-Bodest aus der Viewerliste bist. Und du siehst ja in deinen eigenen Kommentaren, dass deine Zuschauer von dir enttäuscht sind. Genau. Das sind deine nämlich in deinen Kommentaren genauso. Nur du löscht das alles. Bei mir sieht man wenigstens noch alles. Was echt traurig ist, wenn man so einen Status erreicht. Richtig. Genau da sind wir unter der Meinung. Das ist echt traurig von dir. Lustig mit der Moni. Ja. Verzweifelt die Dame. Wisst ihr? Ne? Ihr habt schon gehört, Frauen verachten und so weiter. Ihr hört doch gerade, was da alles sagt, oder? Ja. Das war's auf jeden Fall. Ich bedanke mich hier an der Stelle und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, Leute. Bye, bye. Ja. Moin, moin, Leute. Und willkommen zurück. Heute in dem Video gehe ich darauf ein. Es war zu erwarten, dass der Evo nichts das macht. Grüße an dich. Wie sagst du so schön? Es ist okay. Und das hat mir gefehlt, weil ich konnte vorher nichts machen aus dem einfachen Grund. Er hat quasi das letzte Video gemacht, nämlich explizit nur mich genommen bei den reichsten Spielern. Wenn wir hier gleich drauf gehen, sehen wir auch andere Namen. Er hat mich genommen. Das kann man in seinem Video sehen oder bei mir halt am Ende in dem Moon Poison zerstört. Evo nix. Jetzt zeige ich euch, wie ich beim letzten Mal sagte, Evo nix wahres Gesicht. Weil Evo nix ist einer der Menschen, der schneidet und cuttet gewisse Sachen raus. Deswegen habe ich zum Beispiel bei dem 1 Stunde 13 Minuten nicht einen Cut drin und hier wird auch kein Cut sein. Ab so einfachen Grund, ihr sollt alles sehen und nicht immer nur die Hälfte, so wie Evo nix euch das gerne präsentiert mit seinen Halbwahrheiten. Auch gesteht er sich seine Fehler nicht ein, wie die dafür öfter macht, also allgemein öfter macht. Und Evo nix, wir fangen mal einfach an, oder? Was sagst du? Los geht's. Jeder Zuschauer weiß, dass ich sehr friedlich immer bin und sowas auf gar keinen Fall ins Öffentliche ziehe. Leider zieht Moon Poison das komplett ins Öffentliche, anstatt sich halt privat irgendwie zu melden. Das ist halt echt sautraurig. Und weil er das halt komplett ins Öffentliche gezogen hat, mit dem ersten Video, auf dem ich ihn extra nicht geantwortet hatte, dann sein zweites Hassvideo, da hatte ich ihm drauf geantwortet, und jetzt hat er noch ein drittes gemacht. Das heißt, es tut mir wirklich leid für die Zuschauer, die da keinen Bock drauf haben, und dass deswegen halt heute echt der Content ausgefallen ist. Es tut mir wirklich leid für euch, es tut mir auch selbst leid. Ich finde, wie gesagt, sowas gehört nicht auf YouTube. Dafür gibt es ja auch diese Meinungsblogger, Leute wie Firegoden oder AlphaKevin, die sowas... Okay, okay. Also erst einmal, der zählt hier natürlich ein bisschen rum. Das erste Video war kein Hate-Video. Das fasst er mit seinen Worten so auf und macht es dazu. Das war aber ein Video zur Klarstellung, wo er seine Inhalte her hat. Mittlerweile haben sich mehrere große YouTuber bei mir ebenfalls gemeldet, und auf Evonix kommt definitiv noch was zu. Denn das, was er macht, ist nicht korrekt, hinterhältig und falsch. Er sagt zum Beispiel jetzt schon mal, dass er in seinen Streams friedlich ist. Es ist korrekt, ich war zwei Tage lang, habe ich irgendwie eine halbe Stunde in seinem Stream zugeschaut. Aus dem einfachen Grund, mir wurde in Discord gesagt, dass der Evonix schlecht über mich redet, um mich in Twitch, weil ich benutze keinen Twitch, quasi einfach schlecht redet, beleidigt und so weiter. So, ihr habt ja alle mitbekommen, Evonix sagt, er ist ja friedlich, oder? Dann gehen wir doch mal hier drauf. Ich sag nur eine Stunde. Ich glaub, der freut sich auch auf den Psychiater. So, das war das Erste. Da hat er das auf, ich sag nur eine Stunde, der freut sich auch auf den Psychiater. Erstmal herablassend, zweitens beleidigend, drittens ohne Plan. Weiter geht's. Wo haben wir hier noch was? Ja, Creator übrigens, wer andere nicht kennt, ihr könnt mal in seinen YouTube-Videos durchklicken. Hört euch das mal an. Ich weiß, dass man sich selbst unterstützen kann, aber das macht man einfach nicht. Das macht man echt nicht. So, in dem Video sagt er zum Beispiel hier, Creator-Code hier und da, er weiß, dass man sich selber unterstützen kann, würde das aber nie machen, weil er das falsch findet und man damit sagen würde, man gönnt niemandem was. Schaut einfach mal ein paar Videos von ihm durch. Da werdet ihr sehen, wie oft er seinen eigenen Creator-Code drin hat. André, wieso widersprichst du dir? Was lauerst du für eine Scheiße? Er ist sowas, du gibst dich nach draußen immer friedlich und freundlich, was du gar nicht bist. Ja, weiter geht's auf jeden Fall mit deinem coolen Video. Ich hab mich gefreut. Wie gesagt, ich hab Ausschnitte aus deinem eigenen Discord. Die werde ich aber jetzt noch nicht veröffentlichen, denn auf dich kommt, wie gesagt, noch eine Klage zu. Und Twitch kriegst du nämlich auch einen Bann. Hab ich schon eine E-Mail bekommen. Mach dir keine Sorgen. Das, was du nämlich von dir gibst, Videos von dir gibst, das entspricht keinen Regeln. Meine Videos allerdings sind nach den Richtlinien und deswegen sind hier auch alle da. Weiter geht's. ...was immer machen. Ich finde nicht, dass es in den Gaming-Bereich reingehört. Allerdings möchte ich... Das ist halt langweilig. Das hier fand ich wirklich absolut ihm seine Zuschauer und auch meine Zuschauer sowie Zuschauer... Also er sagt im Grunde, er findet das kindisch von mir oder scheiße, dass ich andere Leute beleidige. Okay. Hat jeder eine andere Sicht, ist korrekt. Es ist irgendwo kindisch. Brauche ich mich aber auch so gar nicht für rechtfertigen, denn ich sag mal, wenn euch jemand dumm anmacht, habt ihr die Möglichkeit, das zu ignorieren oder weiterzugehen. Oder ihr macht den Selbst zurück dumm an. Das ist jedem selbst überlassen. Manchmal ist es so, manchmal ist es so. Ihr handelt hier auch nicht immer gleich. Dann hat er hier gesagt, dass ich seine Freundin angegriffen habe, aber zeigt hier nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kommentare, die perfekt ausgeschnitten sind und die anderen, wo die Vivilein geschrieben hat, zum Beispiel gar nicht zeigt. Aber zeige ich euch. Kein Problem. ...von niemandem von uns unter sein Video geschrieben haben, weil sie einfach erkannt haben, was es für eine falsche Sache ist. So, du sagst, die Leute kommen zu mir. Hast du dir mal meine Kommentare durchgelesen? Warte. Ne, die habe ich alle vorbereitet. So ein Scheiß. Moment. Das ist ja kein Problem. Machen wir die mal kurz schnell. Es geht darum, dass er behauptet, dass ich Kommentare nicht alle quasi wahrnehme oder... Ach, ne, hier ist das. Dass ich Kommentare nicht wahrnehme, darauf zurückpampig reagiere und dass meine eigenen Zuschauer das merken. Erstmal sind das hauptsächlich seine Zuschauer, die hier rüberkommen, um zu haten. Die meisten, die hier auch geschrieben haben, haben eine vernünftige Antwort zurückbekommen. Auch wo die mir frech gegenüber waren oder wie auch immer, habe ich das stehen lassen. Und die haben in den meisten Fällen eine Antwort zurückbekommen. Ich weiß nicht, auf was der das alles bezieht, aber wie gesagt, hier ist eine Menge drin. Wer möchte, geht einfach auf dieses Video und liest sich mal wirklich die Kommentare durch. Viele sind frech, beleidigend, habe mich trotzdem stehen lassen und darauf geantwortet. Andere sind neutral formuliert. Die habe ich genauso neutral zurückgeantwortet. Bei anderen Kommentaren sehen wir dann einfach die typische, in Anführungszeichen, Evo-Elite. Wie kann man sich denn erstmal Evo-Elite nennen? Also das ist ja wie quasi im Zweiten Weltkrieg her. Ihr seid meine Elite, los geht's. Das Problem an der ganzen Sache ist einfach, viele sind einfach wirklich geblendet von ihm. Er gibt auch Aussagen von ARK und was weiß ich, dass die mehr Klicks haben und so als ich. Ist ja okay, die haben auch mehr Klicks. Woran liegt das? Natürlich, er hat eine größte Abo-Reiche, Abo-Reichweite. Wenn man so viel quasi hat, dann gucken die Leute sich halt an, was du so in dem Sinne machst. Im Allgemeinen, wie gesagt, schaut euch gerne alle meine Kommentare durch. Gerne, gerne. Hier gibt es viele, wie gesagt, die sind gut. Kritik, ich antworte auch darauf. Überhaupt kein Problem. Er behauptet, ich mache das nicht. Das ist eine totale Lüge. Das Lustige ist, ich wollte nämlich vorhin, wenn wir uns hier auf EvoNix jetzt angehen, auf die Videos gehen. Er hat ja ein Video über mich gepostet. Das Ding eigentlich gleich. Dieses Video habe ich hier gesucht, aber nicht gefunden. Er hat es nämlich runtergenommen. Das ist schon mal wieder eine Manipulation. Darauf komme ich aber nachher noch mehr zurück. Oder er outet sich selber als ein manipulatives Arschloch. Jedenfalls, wenn wir die Videos hier durchgucken, er hat mal ein Video drum gemacht, mit Halt, Stopp, hier hast du meine Meinung oder irgendwie sowas. Dieses Video wurde komplett entfernt. Wieso hat er das gemacht? In diesem Video haben Leute, nicht von mir Abonnenten, normale Abonnenten von ihm, ihm geschrieben, was falsch an seinem Kanal ist oder was da nicht so richtig läuft und was die sich anders wünschen würden. Dieses Video hat er aber komplett runtergenommen, weil da hätte man die ganzen Kommentare sehen können. Sogar meine Kommentare, wo er mich damals für gebannt hat. Es ist leider schade, dass ich euch das nicht zeigen kann, aber das zeigt wieder einfach nur, wie manipulativ Evo Nix ist und was das einfach für ein Arschloch ist. Sorry Leute, also so einen Menschen wollt ihr nicht in irgendeiner Form bei euch haben. Sage ich euch. Und er sagt in dem Video, die Vivilein ist die einzige Person, die das wahre Gesicht von ihm kennt. Was ist denn das für ein Quatsch? Die kennt den jetzt. Wie lange kennt ihr den? Zwei Monate? Ihr könnt mich gerne korrigieren. Evo Nix Vivilein. Wenn ihr das seht, hört mal raus. Wie lange kennst du den Menschen und behauptest dann, das zu können? Ich mache das aus den Sachen her, wie er sich verhält, wo er seine Sachen geklaut hat. Wie gesagt, David Dean und so weiter. Dann kommen wir mal hier zum Beispiel, wo haben wir das hier? Das Vivilein habe ich noch gespeichert. Hier schreibt einer zum Beispiel, ich schaue zu 95% den Kanal von David Dean. Wer David Dean kennt, weiß sofort, wo Evo Nix die meisten seiner angeblichen eigenen Ideen her hat. Egal ob Fallentunnel, Waffenperks oder Solo-SSV. Einfach mal Twin Peaks David Dean eingeben und Evo Nix vergleichen. Dann wird vielen klarer. Kommentare in seinem Kanal, wo ich das nur erwähnt habe und eine Stellungnahme gebeten habe, wurden geblockt oder entfernt. Ein lächerlicher Typ. So Evo Nix, das war ein Abonnent von dir. Genau das. Und das machst du mit all deinen Abonnenten, die gegen deinen Strom schwimmen. Das zeigt doch, wer hier das Kind ist, Kollege. Denn du redest hier die ganze Zeit, du bist kritikfähig und sonst was. Ich habe in deinem Video damals deine super tolle Sache einfach widerlegt. und hey, du löscht einfach, banst alles, weil wir gegen den Strich sind. Ich habe dir gesagt, dass deine Rechnung nicht so funktioniert, wie es ist. Ich habe dir auch geschrieben, wie das funktioniert. Dann haben andere natürlich geschrieben, meine Rechnung ist richtig, deine Rechnung ist richtig. Habe ich dann so hingenommen. Du hingegen aber, hast mich direkt gebannt. Weiter geht's auf jeden Fall. Gehen wir jetzt erstmal hiervon aus. Das hier fand ich wirklich absolut den Höhepunkt. Da bin ich auch an die Decke gegangen, als ich das gelesen hatte, weil das wirklich, also es kommt sehr frauenverachtend rüber. Ich will ihm aber nichts unterstellen, so wie er mir andauernd Dinge unterstellen möchte. So. Das kommt frauenverachtlich rüber. Woher nimmst du dir denn das Recht, mich in deinen E-Mails zum Beispiel als Moni zu bezeichnen? Hm? Denk mal drüber nach, Kollege. Du redest hier von frauenverachtend, du hattest meinen Moonpoison-Namen und auf den E-Mails ist mein richtiger Name zu sehen, so wie deiner. Ja. Das sind Geschäfts-E-Mails, die darf ich jederzeit veröffentlichen. Du kannst dich gerne mal ein bisschen im deutschen Recht umtun. Dann wirst du das sehen. Das, wie du mir geschrieben hast, das ist frauenverachtend, Kollege. Denn du hast einen richtigen Namen und meinen YouTube-Namen und du benutzt einen Frauennamen. Sehr cool von dir, oder? Frauenverachtend. Am Arsch, kleiner Mann. In dieser Sache hebe ich mich definitiv, also da unterscheide ich mich definitiv von dem Kind. Da unterscheidet der sich definitiv von dem Kind, sagt er. Ist ja lustig. In Twitch-Streams beleidigt er mich öffentlich und diese ganzen anderen Sachen. Jeder kann sich gern das Video von EvoNix angucken oder einfach in meinen Kommentaren. Das sehen wir hier. Aber wir sehen jetzt hier zum Beispiel, wo habe ich das? Ja, genau. Süß, du hast hier leider nichts zu sagen. Sonst kann meine Frau genau dasselbe machen, da er seine Freundin vorbeischickt. Ist lächerlich. Du kennst ihn. Super, freut mich. Die Menschen nun auch, was seine Lügen angeht. Korrekt. Diese Lügen zeige ich euch allgemein. Es gibt andere YouTuber, die das auszusehen, nur keiner traut sich etwas gegen ihn zu sagen. Bei mir haben sich aber bereits mehrere gemeldet und die kommen ja nicht von irgendwo her, oder Leute? Wenn es mehrere Leute gibt, was sagt ihr denn? Und die haben Abonnentenzahlen von 30.000 bis 90.000 Abonnenten. Was glaubt ihr langsam? Das ist einfach, EvoNix ist ein manipulatives Arschloch und das werde ich in diesem Video weiter noch zeigen und erklären. Hier habe ich natürlich geschrieben, okay, kann man sagen, hey, süß, du hast leider nichts zu sagen. Okay, scharf gewählt. Okay, aber worauf passiert das? Tatsache ist, es kommt nur Trash aus deinem Mund. Du denkst halt, deine Community mag dich, wegen deinen Videos, aber eigentlich sind die nur wegen den Waffen her. Mag doch sein. Es ist doch letztendlich egal, was eine Community von einem möchte. Man tut ja auch das, was die Community will. Das macht nämlich EvoNix zum Beispiel nicht. Er zockt. Gehen wir auch noch anders. Ich will nicht alles preisgeben. Wie gesagt, ich habe noch so viel, aber ich möchte speziell auf dieses Video nur eingehen und dann abwarten, was der wieder macht. Wenn er das weiter fortführen möchte, ich kann das ellenlang machen. Das ist überhaupt kein Problem. Jedenfalls hier habe ich auch geschrieben, Moment, der Nächste der Evolite. Natürlich darf sie ihre Meinung sagen, aber hey, was glaubst du, wieso vor Gericht Familie, Frau, Freundin keine Bedeutung haben, wenn es um eine Aussage geht? Richtig, sie sind befangen. Wenn meine Frau hier das sehen würde, zum Beispiel, hat sie gesehen, die würde hingehen und dem EvoNix auch was schreiben. Soll die nicht, weil die hat meiner Meinung nach in dem Fall einfach nichts da zu tun. Wenn er seine Freundin nimmt, dann kann ich meine Frau nehmen. Dann nimmt er seine Mutter, nehme ich meine Mutter. Dann haben wir ein Familiennuell. Was soll denn da Kindergarten? Ein Mensch in deiner näheren Umgebung ist nun mal befangen. Ein Mensch, der ein Fanboy ist, ist ebenfalls befangen. So, was ich aber zeigen möchte, schaut mal hier. Ich weiß es zu schätzen. Dein Charakterzug ist stark und du stehst zu deinem Mann. Das ist sehr gut. Es geht hier aber nicht um dich. Wie lange kennst du EvoNix? Zwei Monate. Man kann anhand meiner Beweisführung und seinen Aussagen genau sehen, wie er ist. Das meine ich damit. Nicht mehr und nicht weniger. Du hast aber meine Anerkennung, dass du für deinen Mann kämpfst. Ist aber nicht dein Kampf, deine Aufgabe. Dein so toller Freund hat halt ein Video über mich gemacht und das ist die daraus entstehende Konsequenz. Er hätte auch andere Leute auf Fortnite.deb.com zeigen können, aber er hat absichtlich nur mein Profil genommen. Wer das nicht glaubt, kann das gerne nachgucken bei dem wahrenreichsten Spieler. Er erwähnt kurz mal, dass es den Titel öfter gibt, aber er nimmt nur mich. Damit hat er mich persönlich da rausgenommen und macht das auch zu meinem Ding. EvoNix, denk mal lieber nach. Du sagst, du hast das nicht so gemacht. Du hast das nämlich genauso gemacht in deinem eigenen Video. Also informier dich doch mal drüber. Wie gesagt, an Vivilein, ich habe nichts gegen Vivilein. Ich finde das klasse, dass sie zu ihrem EvoNix hält. So sollte eine Frau sein. Punkt. Weiter geht's. Aber was ich halt echt frech fand, ist, wenn... Okay, das können wir jetzt natürlich weglassen. Und nach... Wir gehen zu deinem nächsten Beweis. Kommen wir mal zu einem lächerlichen Grund, warum du überhaupt dieses Video erstellt hast. Du schreibst hier, ja, tut mir leid, das kam dazwischen, da er ein Video gegen mich gemacht hat. Ich habe kein Video gegen dich gemacht. Emma, hörst du dir zu? Dann geh bitte auf dein wahres reichster Spieler und nenn mir einen einzigen... nur einen in diesem Video, den du da rausnimmst und von dem anderen das Profil zeigst. Du gehst die ganze Zeit spezifisch und bewusst auf mein Video. Du manipulierst deine Leute von Anfang an, aber keiner bekommt das mit. Und du outest dich sogar hier nachher selbst in diesem Video, dass du nämlich manipulativ bist. Glaubst du im Grunde, du machst bei mir Schluss, wenn es um Manipulation geht? Machst du nicht. Das ist dein Charakter zu. Du manipulierst die Leute so, lässt die Sachen so dastehen, mit Halbwahrheiten, mit halben Screenshots, dass man auch gar nicht erkennen kann, was wirklich Sache ist. Das bist du nämlich. Manipulativ, Kollege. Überhaupt kein Video. Du bist nicht der Star der Show. Du bist nicht so wichtig, dass ich die Welt um dich drehe. So, ich bin nicht der Star der Show. Wieso bin ich dann der Star in seinem Video? Geht mal da hin und sagt mir, dass er einen anderen reichen Spieler genommen hat, dessen Profil der mit den anderen verglichen hat, diesem Ultraneist und sonst was. Wenn ihr das macht und ihr das findet, dann gebt mir doch bitte einen Timestamp. Hat der nämlich nicht. Und dann kommen so Dinge wie, jemand sagt dir argumentativ, was falsch ist und dann antwortest du einfach nur, dass er ein Abonnent von mir ist. So, genau. Also, erstmal, genau das ist der Punkt, Evo. Deine Fanboys kommen halt hier hin und stellen gewisse Sachen, dann darauf kriegen die eine Antwort von mir. Du sagst selbst zwecks der E-Mails, dass du sagen darfst, was du willst in deinen Videos. Ist ja auch richtig so. Aber er klaut Videothemen und bringt sie mit demselben Themen einen Tag später nach dir oder so. Ich dachte, man darf sagen, was man will. Damit seht ihr, unterstützt dieser Evo Nix nämlich direkt im Sinne von, ja, er darf doch klauen, weil er darf ja sagen, was er will. Richtig? Würde ich jetzt mal so sehen. Daraufhin hat er von mir eine Antwort bekommen. Man sieht, dass du ein Evo Abonnent bist. Nur so als Tipp. Richtig. Ich sehe, dass der Evo Nix abonniert hat und es ist halt so, eine Fangemeinde oder eine Community steht ja im Normalfall zu ihrem Idol, sage ich jetzt einfach mal. Diese gibt es in guter Wahrheit, in schlechter Art. Egal, ob ihr jetzt den Fußball nehmt oder in was für immer. Es gibt immer die Guten und die etwas Böseren, wobei die Menschen nicht böse sind, sondern eher gefrustet. Aber ja, und da sehen wir zum Beispiel, dass er meine Audioqualität bemängelt. Okay, mag ja sein, ist ja okay. Vielleicht habe ich nicht die beste Audioqualität. Dann ist das nun mal so. Ja, aber, ne, weiter geht's. Das bedeutet für dich also wirklich, dass die Meinung eines Abonnenten nichts wert ist. Nur falsch. Eine Meinung eines Abonnenten ist mir sehr viel wert, wenn sie nicht voreingenommen ist von deiner Meinung. Denn letztendlich bist du derjenige, der gewisse Sachen so darstellt und deine Leute nehmen das als gegeben. Du hast natürlich mit deinen Community einfach eine größere Reichweite beziehungsweise mehr Abonnenten. Legst du den Wert auf diese Abonnenten? Ja. Ähm, wie gesagt, das eine Video hast du leider runtergenommen. Da waren so viele Kommentare, die ich noch rausnehmen wollte. Hast du natürlich manipulativ richtig gemacht. Wahrscheinlich löscht du da jetzt alles nebenbei her, ne, weil das Video ist komischerweise nicht mehr da. Äh, und machst dann jetzt quasi ein auf Guter Samariter, was du absolut nicht bist. Was wir am Anfang schon gesehen haben, du bist weder friedlich noch in irgendeiner Form gibst du Wert auf deine Abonnenten. Weil sie nicht deiner Meinung entspricht. Genau, weil sie nicht deiner Meinung entspricht. Habe ich vorhin einen Post gezeigt, einer hatte dir seine Meinung geschrieben, dass er findet, dass du sehr viele Sachen mit David Dean noch zusätzlich ähnlich hast. Was hast du gemacht? Du hast den geblockt und gelöscht. Was komplett falsch ist. Du musst mal... Ja, sowas wie hinterhältlich und manipulativ. Jedenfalls geht es hier irgendwo zu dem nächsten Beweis. So, da sagt er natürlich, ähm, Moment, was sagt er? Im Namen, nein, im Verhalten, was aus deinem Tunnelblick und aus deiner Gummizelle rauskommt? Du siehst... Also erstmal bin ich in keiner Gummizelle, ich hab ein Haus, wer wissen möchte, wie ich bin, kann gerne mal in meinem Kanal gucken, wer ich bin, meine Frau, meine Tiere und so weiter. Ich bin aber jemand, der sich nicht den Mund verbieten lässt. Ich bin immer direkt drauf, gerade heraus einfach und nicht so wie Evo Nix, manipulativ und hinterfotzig. Du kannst mehr sehen. Du kannst wirklich mehr... Richtig, du kannst auch mehr sehen und mehr verstehen, kleiner Mann. mehr sehen, du musst nur die Chance auch geben und dann hat er dann halt auch noch gesagt, dass es halt logisch ist, wenn man etwas über... Ach ja, tut mir leid, aber ich finde es lächerlich, wie du alle als jung und unerfahren bist. Tu ich doch gar nicht. Ich meine damit die sogenannten Evo-Fan-Elite, die rüberkommt und beleidigt. Wir haben, ich hab mein Discord gerade nicht auf, der Herr Akaron von EvoNix, wer den kennt oder nicht, ähm, könnt ihr ja mal gucken, der ist zu mir in den Discord gekommen, und hat sich bei mir entschuldigt für euch, für eure Evo-Fans. Das zeige ich auch gerne. Viele von euch, genau wie EvoNix, stellt das ja nun mal so dar, als ob ich, ähm, was weiß ich, wo ist denn das? Akaron, Akaron. Ähm, viele stellen, also EvoNix besonders, stellt halt immer, wie gesagt, nur die halben Wahrheiten dar. und auf, wo ich hinlose Kinder bezogen hab, ähm, bei mir im Discord wurde halt die ganzen Sachen gelöscht, da kamen dann, ähm, pornografische Inhalte und Beleidigungen und alle, alles mögliche in der Art. Das wurde natürlich entfernt. Ähm, wo haben wir das? Äh, da komm ich auch noch gleich zu, mit seinen falschen Wahrheiten und Behauptungen. Ähm, Akaron. Also erstmal noch danke dafür, ne, wenn das so ist, wie du das geschrieben hast, ist das sehr cool von dir, muss man sagen. Ähm, wo ist denn der hin? Ähm, war das überhaupt hier? Ich weiß nicht mehr, in welchem Channel das war. Jedenfalls, danke dafür, der kam halt zu mir, hat sich bei mir entschuldigt, dass seine Evo-Fans mich beleidigt haben, seine Evo-Elite mich beleidigt haben und alle hier in den Chat, also Discord gekommen sind, pornografische Inhalte und so weiter gepostet haben. Ja, das ist damit, was ich meine, als jung und unerfahren, ja, das sind spezifische Leute, die ich damit meine und nicht die ganze Evo-Nix-Fanbase. Ich hab nämlich ingame genauso viele Leute getroffen, die Evo-Fan sind und mit denen hab ich ingame auch ohne Probleme gesprochen, ja. Also, also ohne Probleme einfach gesprochen, da gibt's für mich keine Unterschiede. Wer mir freundlich und nett rüberkommt, der kriegt genau dasselbe zurück. Wer mich beleidigt, kriegt dann an dieser Stelle auch unangenehme Sachen für sich wieder. Ähm, das ist menschlich. Also, sorry, ist aber menschlich. was überrascht ist, das überraschte ausspricht und solche Dinge. Und stellt, dass man, in die durchlesen, YouTube seit 2013 mache, da möchte ich doch mal. So, okay, da hat er mit Recht, in seinem Social Blade steht, dass er seit 2013 macht. Hat aber Videos irgendwie erst 2016, glaube ich, angefangen, aber sagt er ja hier in dem Verlauf des Videos. und worum es an sich geht, mein PC ist um die 400, 500 Euro wert, der hat nur eine neue Grafikkarte, alles andere ist noch DDR3-Ram und so weiter, dementsprechend. Ist deine Audioqualität, hast du ein besseres Headset, besseres Mikrofon, ist doch okay. Ich habe in keinem einzigen Video weder deine Video noch deine Audioqualität angegriffen. Habe ich das? Dann zeig mir mal eine Stelle, bitte. Ich höre, also du kannst mir gerne eine Stelle mal zeigen, in irgendeinem meiner Videos wo ich das auch in irgendeiner Weise nur angegriffen hätte. Ganz kurz auf meinen eigenen Kanal gehen, Video drauf gehen, zusammengezockt habe, weil ich schon immer auf... Ja, 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 genau. Jetzt sagt er hier für seine Freunde und so. Also wenn ich auf YouTube gehe und was für meine Freunde hochladen möchte, dann tue ich das doch auf Privat oder nicht gelistet, damit die das sehen und nicht für die Öffentlichkeit. Da lügt er euch schon wieder ein. Er hat versucht, in verschiedenen Spielen eine Art Durchbruch zu erzielen, wie auch immer man das nennen möchte, hat aber einfach versagt. Verrettet Achtung, damit wir uns bei YouTube nicht seit 2 Jahren. Dann kommen wir hier zu etwas, was... Genau. Die Soundqualität kann man sich echt nicht geben. Der nächste Evo-Fan. Bist du hier falsch, Digga? Natürlich. So, jetzt sagt er Moonpoison. Er hat aber schon recht, du musst deine Soundqualität echt verbessern. Ähm... So, pass auf. Genau. Was hat der für eine Antwort bekommen und was hat der für eine Antwort bekommen? Deine Soundqualität kann man sich nicht geben, Digga. Ich habe gesehen, dass er ein Evo-Fan ist, also hat er so eine Antwort zurückbekommen. Der nächste hier ist auch ein Evo-Fan, aber schaut mal. Moonpoison, er hat aber schon recht, du musst deine Soundqualität echt verbessern. Was ist denn daran schlimm? Vielleicht liegt es an meinen alten Ohren, aber für mich hört sich das normal an. Sag mir du bitte, was nicht passt. Der hat den Text darunter nämlich nicht gezeigt. Daraufhin hat der Winz-Farmer mir nämlich gesagt, was an der Soundqualität schlecht ist und dann hat er auch wieder eine Antwort da von mir bekommen. Eine allgemeine Aussage zu treffen, kann man sich nicht... Das ist ja nur eine Aussage. Das ist keine Kritik. Eine Aussage einfach nur. Die Soundqualität kann man sich echt nicht geben. Wo sagt er denn bitte, ja hör mal, du rauschst da oder hey, man hört deine Tastatur oder deine Maus oder hey, gibt es nicht. Das ist einfach nur eine typische Evo-Fan-Aussage. Liete-Fan, die Böseren von euch, also nicht alle Evo-Fans, ne. Das ist, ne, also wie gesagt, er ist der perfekte Manipulator. Ich demutere sich echt nicht unter einem, du bist der rei... Also ich bin der... So. Clickbase vom Feinsten, völliger Quatsch. Ähm... Was? Genau, da habe ich halt wieder zu jemandem was hier geschrieben. Ähm... Wegen Beleidigungen und so weiter. Der zeigt halt immer nur die Hälfte, nie alles. Ja. Beste, ich bin da nach dem Arrogan. Deutsche Leute, die mehr haben... ...haben auf YouTube. Was hat Fakt mit Abgehoben zu tun? Möchtest du damit sagen, dass jeder Rettet-die-Welt-Spieler, der privat spielt und keine YouTube-Videos macht oder Livestreams macht, für dich nicht zählt als Person? Wieder so ein manipulativer Satz. Erstmal zählt jeder Mensch etwas. Jeder Mensch ist einzigartig auf seine Art und ihr solltet euch erstmal allerhalts besonders für. Erstmal dazu. Ähm... Wie ich gesagt habe, jeder Mensch zählt was. Das hat Evo wieder einfach so aus dem Kontext genommen, weil er immer nur halbe Screenshots zeigt. Er zeigt nie ganze Konversation, sondern beruht sich immer nur auf ein, zwei Screenshots, wo der dann irgendwas von mir sieht, wo der denkt, okay, das kann der gegen mich verwenden. Ähm... Das kann man alles bei mir um den Kanal in den Kommentaren nachlesen, das ohne weiteres nachzuvollziehen, ja. Ähm... Richtig. Der sagt, abgehoben. Was bist du denn, Evo? Nichts. Bist du abgehoben? Bist du arrogant? Natürlich. Wieso haben Mara und Tim dich Anfang des Jahres zum Beispiel verlassen aus deinem Discord? Sind jetzt aber wieder da. Hä? Kollege, mach mal die Ohren auf. Das sind alles ganz normale Menschen, genau wie du und ich. Wir sind auch ganz... Genau, ganz normale Menschen. Nur, hast du dich jemals nur einmal entschuldigt? Hast du jemals gesagt, du hast einen Fehler gemacht? Nein. Ich habe dir selbst in den öffentlichen E-Mails habe ich dir Respekt entgegengebracht und mich entschuldigt, wenn ich in den E-Mails eine falsche Aussage getroffen habe. Ja? Wenn du mir etwas plausibel erklären konntest. Kein Problem. Selbst in deinem alten Hater-Video habe ich mich entschuldigt für einen gewissen Aussatz, wo ich gesagt habe, okay, war vielleicht scharf gewählt. Hast du leider gelöscht, kann ich nicht zeigen. Aber das ist der Punkt zwischen dir und mir. Du bist ein Kind, was einfach alles manipuliert und löscht. Ich, wenn ich einen Fehler mache, sage, yo, sorry, tut mir leid. Auch dir gegenüber, obwohl du mich so respektlos behandelt. ganz normale Menschen. Nur weil du dein Stuff ins Internet stellst, bist du nichts Besonderes. Richtig, du auch nicht. ...Licht und meinen vollständigen Namen. Danke dafür. Privatsphäre und Datenschutz, wie war das nochmal? Richtig, informiere dich mal über Privatsphäre und Datenschutz und Geschäfts-E-Mail. Informiere dich mal. Gut, dass du es ansprichst. Finde ich optimal. Informiere dich mal bitte. Ja, alles klar. Aber, warum schreibt... Jetzt, jetzt kommt das Beste. Leute, ich habe schon immer gesagt, dass der Cloud, also quasi ein Dieb ist und manipuliert. Was sehen wir jetzt hier? Der hat mich versucht, absichtlich zu manipulieren. Ja, oder wie er es selber sagt, triggern. Zum anderen sehen wir hier natürlich, da sie nun... Ich habe die E-Mails ja veröffentlicht, jeder von euch kann das lesen. Ich habe ihm bei meinem Anwalt mit dem gesprochen, ich hätte ihn anzeigen können, kann ich jetzt immer noch und werde ich auch, aber ich habe es damals nicht eingesehen irgendwo, weil ich denke so, okay, der ist jung, der ist unerfahren und brüstet sich einfach nur auf. Ich wollte ihm seine Zukunft nicht verbauen, weil er deine Ausbildung macht, er verdient da kein Geld und wenn ich ihn anfange oder hätte ihn da angezeigt, dann hätte der ja absolut gar nichts mehr gehabt. Er müsste seinen Anwalt erst mal finanzieren, dann das verlorene Gerichtsverfahren müsste er zahlen und Schadensersatz. Und wieso soll ich einem jungen Menschen sowas antun? Wollte ich nicht, will ich ja nicht. Aber er lässt mir mittlerweile keine andere Wahl mehr. Hier in diesem Text sagt er sogar, wie manipulativ der ist. Warum ist Evonix ihm denn so böse in der E-Mail? Warum verhält sich Evonix so? Möchte ich euch ganz kurz darauf hinweisen, dass dieser, ich sag mal, dieser Beef, sein zweites Hassvideo gegenüber mir ist halt am... Es gab keine Hassvideos, Kollege. Das sind Meinungsäußerungen mit Belegen und Beweisen. Du hast auch in deiner Antwortvideo die Sachen so geschnitten, dass man wieder nur die Hälfte sehen konnte. Du hast das Video leider runtergenommen. Leider. Aber du weißt ja auch, wieso, gell? Manipulation steht bei dir an erster Stelle. Das hat er hier auch gemacht. Der sagt, dass er auch... 5. November entstanden. Und seit dem 5. November... Hier ist es echt mies. Und Humor bei... Ich werde dich anzeigen. Oder in Erwägung ziehen. Ich habe das sehr gerne gemacht. Da habe ich mir gedacht, weißt du was? Da schreibe ich dir eine E-Mail als Antwort, um dich zu triggern. Was für ein normaler Mensch schreibt vorsätzlich eine manipulative E-Mail, um einen anderen zu triggern? Da seht ihr wieder, wie Evonix ist. Würde ich das machen? Nein. Ich habe ihn klipp und klar mit Respekt gesagt. So und so sieht es aus. Ich hatte vor, dich anzuzeigen. Hab davon aber abgesehen. Da du aber immer noch so bist, ziehe ich in Erwägung, dich anzuzeigen. Ganz klar einfach drauf los. Gerade heraus. Er selber schreibt oder bespricht das vorher mit seinen Leuten, die übrigens, das meine ich nämlich mit Absprechen, Aufmichhetzen, mit dem Twitch-Stream auch genauso. Jetzt komme ich gleich noch zu. Das ist das, was ich meine. Er manipuliert so gut er kann, jeden, den er kann. In meinen E-Mails könnt ihr den Verlauf lesen. Ich habe mich davon weder getriggert gefühlt noch sonst etwas, denn er hat einfach meine Meinung da bekommen, so wie es ist. Und das sehen wir hier einfach. Das könnt ihr, wie gesagt, im letzten Video nachschauen. Guckt euch das einfach noch gerne an, dann seht ihr das einfach, wie der ist. Weil ich einfach keinen Bock auf dich habe. Und das... Jo, wenn du keinen Bock auf mich hast, wieso hast du dann vor ein paar Tagen ein Video über mich gemacht? Über mein Profil, mich mehrmals erwähnt, bewusst gewählt und immer wieder betont. Aber hörst du dir zu, du bist einfach nur ein Lappen. Sieht man auch, lustigerweise... Und das Freche an dieser E-Mail, die mich halt auch dazu verleitet hatte, ihm extra eine Trigger-Mail zu schreiben, damit... Ja, wie reif zeigt das denn, dass du andere Leute triggern möchtest, ne? So viel zu deiner Reife, wie du gesagt hast, du bist nicht so wie ich, Kind. Ne? Denk mal drüber nach. Jedenfalls erzähl dir hier weiter... ...wo du halt mal wieder beweist, dass du dich kein Stück informiert hast, obwohl man im Video erkennen kann, dass du dieses Video geschaut hast. Das heißt, du hast das Video gesch... Ja, der schnellste Weg, um Gold zu farmen. Bis zu 2.400 Euro. Äh, Euro. Bis zu 2.400 Gold. Steht da. Richtig. Und ich hab gesagt, wenn er es schafft, mir zu zeigen, dass er nur ansatzweise so viel Gold bekommt, gebe ich dem 1.000 Euro. So, und jetzt, um das für euch nochmal klar zu machen, jetzt hört mal genau hin, was der sagt. Das sind seine Worte. Drei Missionen gefarmt in einer Stunde. Mein Test, den ihr hier im Hintergrund seht, nach einer Stunde farmen, 810 Gold. 810 Gold. 810 Gold in einer Stunde. Aber in seinem Video sehen wir ja, der hat da nur eine 2.400 stehen. Bis zu steht da. Natürlich wurde, ja, das hat er nachträglich, glaube ich, eingeführt. Ich weiß nicht. Ich hab den Screenshot von damals nicht. Aber da stand, der schnellste Weg, um Gold zu farmen, 2.400, sehen wir hier so wie im Screenshot. 2.400 in einer Stunde. Das ist zum Beispiel eine Clickbait. Ist das okay? Natürlich ist das okay, wenn er sich dafür entscheidet. Er soll sich aber nicht davon freisprechen, dass er das nicht macht. Ja, weil das tut er nämlich gerne. Gell? Schaut aber nicht zugehört. Vielleicht sollte man mal den Ton einschalten. Ich hab zugehört und deswegen hab ich auch dieses Video genommen. Vielleicht solltest du noch mal dein eigenes Video zuhören, wie viel du tatsächlich in einer Stunde farmst. Was nämlich in deinem Screenshot hier in deinem Thumbnail nämlich erstens falsch angezeigt wird. Zweitens ist dieses bis zu 2.400 definitiv nachträglich so entstanden beziehungsweise hast du ihn geschrieben. Das stand nämlich vorher anders. Bin ich sehr sicher. Weiter geht's. Ich wette 1.000 Euro dagegen, dass der in einer Stunde 2.400 Gold farmen kann. Richtig. In einer Stunde 2.400 Gold wie das auf seinem Click Thumbnail ist Clickbait ne? Schafft er nicht. Okay, das haben wir auch. 2.400 Gold pro Stunde und ich sagte Evo Nix auch einen Kommentar drunter geschrieben. Soviel erstmal dazu, dass er keine anderen YouTuber schaut. Ja, 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 genau. Er wurde von seinen Discord direkt hier hingewiesen. Ich habe, wie gesagt, auch andere Screenshots und Beweise noch auch aus seinem eigenen Discord rein. Das ist ja das Coole, was er da gar nicht weiß. Mittlerweile weiß er das jetzt, da ich das gesagt habe. Er versucht zu rechtfertigen, dass er dieses Design halt schon vorher hatte und so weiter. Wie gesagt, Bergthus, sie war der Erste, der das rausgebracht hat und danach kam sein Video komischerweise. Dass der das vielleicht irgendwo anders gesehen hat, ja, ist das sein. So viel Kreativität besitzt der gar nicht. Das sieht man aber auch einfach, wenn man die Videos vor Fortnite anguckt. Da ist weder eine Kreativität zu erkennen, noch irgendwas Spezielles oder er ist auch in Fortnite nur ein mittelmäßiger Spieler. Mehr ist es nicht. Er brüstet sich gerne und hier und da und hier, der hat da die schnellsten Weg gefunden, da das Beste zum Farmen und so weiter. Das alles Clickbait ist und wenn man sich die Videos anguckt, auch 900 Schrauben in 15 Minuten und hast du nicht alles gesehen, funktioniert nicht. Und wenn er schon selbst gebaut hatte und auch gezeigt hat, das erzählt er da natürlich. Das funktioniert aber. Da sehen wir, der hat ein Video quasi als Reaktion auf mein Video gemacht, lässt aber das meiste da raus. Ich habe so viele Beweise vorgelegt, da geht er gar nicht drauf ein. Wieso geht er da nicht drauf ein? Stellt euch das, behaltet mal, Wieso? Wenn der doch ein Video machen will, wo er sagen möchte, das stimmt nicht, da, 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 da. Der nimmt sich hier zwei, drei, vier Beispiele nur und versucht die zu widerlegen. Kann ich jetzt, habe ich jetzt auch widerlegt, ohne Probleme. Ist easy. Der zeigt aber nicht alles und das ist der Punkt. Und habe einen Plankathon Spawn Guide gemacht. Jo, dein Plankathon Spawn Guide, wie gesagt, zum Beispiel mein Brutalspawnpunkt kam am 4.8. Dein Plankathon kam am 3.9. Daraufhin kam dein Brutal Guide. Ob es von deinen Zuschauern gewünscht wurde, natürlich kann das sein, dennoch ist das immer wieder sowas Spezielles. Das ist einfach, ja, wie gesagt, sorry, aber wie lange sind wir schon? Ich kratsche mal so viel. 37 Minuten, ja, scheiße. Sorry Leute, das ist nicht so gemeint, aber ihr müsst das einfach wirklich verstehen. Darauf gefolgt habe ich alle Brutal-Sturmschild vertreten. Ja, okay, dann versucht er sich zu rechtfertigen. Also, der hat dies, das, das gemacht und so weiter. Natürlich guckt er auch keinen anderen YouTuber, aber kennt dann irgendwelche Vlogger und kennt da einen YouTuber und nennt die auch, ihr glaubt doch selbst nicht, was der erzählt. Content hat gefehlt, hat nächsten in den letzten Monaten habe ich dann arg hochgeladen. Und das hat sich Jo, schön, gut, hast du erklärt, ist okay, sehe ich einen den Fehler, habe ich nicht genau drauf geguckt, ich habe nur gesehen, dass deine ARC-Videos nicht ankamen. Das fand ich nur so lustig, weil in dem Zeitraum hatte ich über die Weihnachtszeit überhaupt keine Zeit für wirkliche Videos oder irgendwas zu machen durch die Arbeit und meine Tiere, Hausfrau, alles drum und dran, meine Familie ist mehr als 60 Mann groß. Weihnachtszeit ist nun mal was Spezielles im Dezember. Zusätzlich, ne, Arbeitszeit im Einzelhandel. Wer im Einzelhandel arbeitet, weiß, was Weihnachten und Ostern für Zeiten sind. Ja, habe ich mich entschuldigt. Ähm, ja, meiner Meinung nach lag das daran, dass du keinen vernünftigen Content mehr gefunden hast, wo die du klauen konntest und hast dann ARC-Videos rübergebracht, ist meine Meinung. Ich über den ganzen drauf reagieren. So, genau. Ähm, das sieht man hier so schlecht, aber ihr könnt ja gerne auch das wahre, äh, der wahre reichste Spieler sehen. Ihr seht, hier gibt es mehrere Namen, die das nehmen, aber in diesem Video, hört euch nur die ersten fünf oder sechs Minuten meinetwegen an, da wird das schon klar. Er geht ja nur auf mich, er nimmt keine anderen. Dementsprechend ist das ein persönlicher Angriff gegen mich, der versucht das jetzt wieder manipulativ so hinzustellen, dass es nicht so ist. Ist es aber. Ja, das Öffentliche stellt, aber hört es euch einfach an. Aber ihr seht, der EvoNix ist sofort drüber informiert. Was für mich heißt, entweder arbeiten die irgendwie zu, genau. Komischerweise, wenn irgendwas vorfällt, mich einer von deinen Leuten beleidigt und ich den zurückbeleidige, kriegst du ein Screenshot mit meiner Beleidigung von dem, den ich beleidigt habe. Ist aber auf dem Screenshot drauf, was er mir geschrieben hat? Nein, ist er nicht. Das ist das. Das sehen wir hier genauso. Ich habe jetzt ein paar Beispiele gebracht, wo er immer nur halbe Screenshots zeigt. Der macht das extra so, bewusst und manipulativ. Zusammen, der setzt ja auch nicht die Zeit habe, gegen diese Sternzeichen. Aber ich vermute, ich weiß, was für ein Stern. Korrekt, da lag ich falsch. Ich hätte dich für ein anderes Sternzeichen gehalten und nicht für Waage, weil du definitiv, so wie du bist, nicht als Waage in meinen Augen giltst. Aber du bist ja eine Waage, also wird irgendwo in dir eine Waage drin sein, aber die manipulative Art, die du hast und du sagst dir was, du bist recht friedlich und harmonisch, aber du haust Beleidigungen raus, selbst in Livestreams und so weiter, ja. Also sorry. Ne, was soll man dazu sagen? Ein Zeichen, der ist, Experiment an mein Sternzeichen, also an mein richtiges Sternzeichen. Aber finde ich gut, dass du dich so viel mit mir befasst, denn wenn du das selber rausgefunden hast, Respekt, dass du in meinen ganzen Kommentaren liest, nicht schlecht. Also, ne, so zeitaufwandtechnisch, weil ich beantworte ja alle Kommentare im Gegensatz zu dir oder so gut wie alle, aber das wissen die meisten ja genauso, bei dir können die reden, wenn dann einer was gegen dich sagt, so wie der andere, den ich vorhin gezeigt habe. Es gibt mehrere Leute, die werden von dir sofort zack, zack, zack weg, ne, weil deine Meinung steht über allem. Denn einige wissen ja bereits, dass sich am zweiten dich ausgegeben hat. Das Ding ist, er macht sich da fast eine halbe Stunde lang drüber lustig. Richtig, wieso mache ich mich drüber lustig? Dann hört euch das mal bitte an. Ich habe dieses Video, was der da gezeigt hat mit Perks und so weiter, komplett auseinandergenommen. Dass der hier sagt, dass er 22 Millionen überlebenden XP hat. Ja, hat er mehr. Wieso soll ich darauf eingehen, wenn der mehr hat? Ja, erzählt den aber hier quasi zu den Top-Leuten. Seine Meinung ist ja auch okay. Ich habe mich auch bei Ultranice, habe ich gedacht, danke, dass ich dein Profil, also ich benutze jetzt dein Profil als Vergleich, weil er das ja gemacht hat bereits, und zeige einfach mal das ganze Ding. Weil der hat versucht, so zu stellen, dass der Ultranice reicher ist als ich, was er nicht ist, so wie der Braxton und die anderen. Der Einzige, den der gefunden hat, war tatsächlich dieser Capsule Kuckuck oder so. Da kann ich bei Weitem nicht mithalten. Ist halt einfach so. So wie Ebonics das vorhin auch gezeigt hat. Und hier versucht er genau, das habe ich aber erklärt, wenn du mal... Ja, hast du erklärt, genau. Du hast gesagt, dass dein Etapp 20 ist, korrekt. Aber in dem Moment, wo du den mit mir vergleichst, gehst du davon aus, dass der reicher ist. Also habe ich auch den ganzen Account gezeigt. Deswegen solltest du dir dein eigenes Video nochmal bitte anhören und auch nicht wieder einen halben Ansatz versuchen, sondern wenn du es machst, dann mach es bitte richtig. Ja, weil das liegt dir einfach nicht. Du bist halt hinterhältig, manipulativ. Dir liegt aber nicht geradeaus einfach, gib ihm. Heißt nicht, dass du mit dem Kopf durch die Wand sollst, aber es heißt, dass du, wenn du etwas machst, dann gib doch bitte alle Fakten da und nicht nur Teilfakten. Weil am Anfang des Videos zugehört hättest, also hier auf die... Ja, ich habe zugehört und ich habe das hier auch extra so gemacht. Korrekt. Der hat mehr überlebende EP, das war's. Wieso sagst du dann, dass der reicher ist als ich? Ich habe mehr... Alle anderen, alle anderen Mats habe ich mehr. Das war aber deine Aussage in diesem Video. Dann guck dir nochmal dein eigenes Video an. Die Leaderboards und hier sieht man... Da hat er ja auch noch den Braxton so gebracht und da habe ich auch gezeigt, dass ich da genauso bin. Also wie gesagt, er versucht das, aber geht's ja weiter. Das können wir wegmachen. Wie gesagt, das andere Video hat er leider gelöscht. Ich wollte da nämlich ein paar Kommentare zeigen, wie er mit seiner Community umgeht. Und wie gesagt, viele von euch sehen das ja leider Gottes nicht, hat er schon gelöscht. Aber wir gehen jetzt mal eben hier zu dem nächsten Video. aus seinem Livestream. Ah fuck. Das ist, Moment, ich glaube bei 6 und 5. Irgendwo hier ging es jetzt los. So. Ich war zwei Tage da, weil, wie gesagt, mir wurde im Discord gesagt, dass der über mich lästert, mich beleidigt und so weiter und dem wollte ich auf den Grund gehen. Jetzt sagt er, hier wird das geschrieben, der Black Chakal, das Beste ist, erst wieder in der Zuschauerliste. So viel zum dazu, er setzt Leute auf mich an. Das heißt, da guckt einer von denen alle paar Minuten, ob ich denn eventuell in einem Stream bin. Merkt ihr was, Leute? Merkt ihr was? Aber es wird besser. Verpiss dich mal groß. Verpiss dich mal. Der sagt in einem Livestream, verpiss dich mal. Holzkopf und andere Beleidigungen. Wie war das nochmal mit dem Kind vorhin, Evo Nix? Wie war das mit dem Verhalten? Verpiss dich mal. Du bist hier nicht willkommen, mein Freund. Du bist hier nicht willkommen. Ist natürlich eine nette Aussage von dir. Danke dafür, dass ich nicht willkommen bin. Heißt aber nicht, dass du mich überall beleidigen kannst, du machen kannst, was du willst. Denn, ich habe bereits an Twitch Clips gesendet, genau mit diesen Aussagen. Und, da werden wir nachher sehen, was mit dir passiert. Aber, es wird besser, weil ich habe ja noch mehr Beweise heute. Mach dir gerne einen Clip davon. Kannst du behalten. Mach dir gerne einen Clip davon. Kannst du behalten. So richtig arrogant. Kannst du dir auch ausdrucken. Sogar ausdrucken. Vielen Dank dafür, Kollege. Druck ich mir aus und mach mir einen riesen Post davon. Er hat es gelöscht. Das war eher YouTube. So. Er hat es gelöscht. Das wäre eher YouTube. Also, erstmal sind alle Videos oben von mir. Nicht eins wurde gelöscht, weil keins gegen Richtlinien verstößt. Aber das geht in seinem Spatzenhörn irgendwo unter. Denn, wieso sollte ich ein Video machen, was gegen Richtlinien verstößt? Weil ich da mit meinem Kanal riskiere. Ist hirnrissig. Würde ich gar nicht tun. Aber das verstehen einige von euch nicht. Aber ist auch gar nicht so schlimm, Leute. Alles gut. Kann ich noch was Witziges zeigen? Also, wenn er jetzt schon wieder hier im Stream drin ist, Ja, dann zeig mal was Witziges. Das ist das Beste, wie der sich wieder eiskalt blamiert mit seinen halben Wahrheiten. Jetzt. Hört hin. Und zwar mag Epic Games das nicht, wenn man gegen Richtlinien verstößt. Und wenn wir dann... Mag Epic Games das nicht, wenn man gegen Richtlinien verstößt. Da hat sich was getan. Also, er nimmt sich wieder eine leere Behauptung aus dem Raum, weil er wieder nur falsch informiert ist und einfach einen auf Super macht hier und sagt, dass ich aus dem Creator-Programm... Also, ich hört's einfach an. in der Creator-List Namen eingeben, dann taucht er gar nicht mehr auf, weil er aus dem Programm rausgeworfen ist. So, das kennen wir von dir. Behauptungen, die du immer aufstellst, ohne drüber nachzudenken, ohne dich zu informieren, ohne gedügend Recherche. Du behauptest hier, dass Epic Games mich rausnimmt, genommen hat, weil er mich gegen Richtlinien verstoßen hat. Jetzt zeig ich euch mal was. Hallo, ihr seht ja quasi, das ist einfach nur wieder Bullshit, halbes Zeug, was wie immer alle erwartet. Sehr schade, dass du dir wieder selbst das Bein stellst mit deiner... keinen Recherche. Ich hab keine Scheiße gebaut. Konsequenzen kommen für dich, nehme ich jetzt im Endeffekt. Epic Games mag das nicht. Nein, nein, Epic Games mag das. Epic Games mag nicht, was du erzählst. Ich bin in dieser Runde gar nicht gefahren. Brauchst du nicht viel zu sagen. Ich kann grad nicht verzweifeln. Exploder? Nee, keine Exploder. Nice. Ehre? War gar nicht erst behandelt, da gab's nichts zu nehmen. Genau. Ehre genommen. Ich weiß nicht, das scheint irgendwie so ein neumodisches Ding in der jungen Generation zu sein. Da gab's nichts zu nehmen. Ihr seht, wie beleidigend und herablassend der ist, aber stellt sich als friedlich dar. Also, wenn jetzt immer noch vielen von euch nicht klar ist, wie der wirklich ist, dann tut's mir leid. Dann macht einfach blind weiter, was ihr möchtet. Aber es gibt so viele Sachen, wie hier, die ihr seht, der ist einfach nur eine Witzfigur. Ja, zum Glück hat er davon auch Screenshots. Die hat er natürlich hier irgendwo gezeigt. Genau, da hab ich mich drüber aufgeregt, dass ich den unterstütze, weil der überall Werbung kommt. Da hat er nichts gelöscht. Zweitens bin ich im Creator drin, da wurde nichts gelöscht. Das kannst du doch danach gucken, du Trottel. Siehste, das kannst du doch danach gucken, du Trottel. Wir haben ja gerade gesehen, dass ich da drin bin und ich hab Unterstützer mal davon abgesehen. Aber das ist es. Das ist euer typischer Evo-Nix. Der bracht immer Behauptungen, ohne wirklich zu recherchieren. Und in seinen ganzen Videos, die der auch übernommen hat, hat er die Recherche von den anderen übernommen. Er selber hat nämlich einfach keine Ahnung. Und ne, du Trottel. Ich kann auch deinen Twitch-Stream schließen. Dir ist das klar, gell? Du kannst gar nichts. Ich kann gar nichts. Da sehen wir nämlich, was nämlich jetzt demnächst mit dir passiert. Du kannst nicht dazu. Du bist nämlich hier nicht willkommen mit deiner brechen Lügenart. Wer lügt denn hier? Aber nice, dass du von den Zuschauern so und du siehst ja in deinen eigenen Kommentaren, dass deine Zuschauer von dir enttäuscht sind. Genau. Das sind deine nämlich in deinen Kommentaren genauso. Nur du löscht das alle. Bei mir sieht man wenigstens noch alles. Was echt traurig ist, wenn man so einen Status erreicht. Richtig. Genau da sind wir unter der Meinung. Das ist echt traurig von dir. Lustig mit der Moni. Ja. Verzweifelt die Dame. Wisst ihr? Ne? Ihr habt schon gehört, Frauenverachtend und so weiter. Ihr hört doch gerade, was da alles sagt, oder? Ja. Das war's auf jeden Fall. Ich bedanke mich hier an der Stelle und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, Leute. Bye, bye.